Hi, das ist meine Stimme. Na, hast du sie erkannt? Ich denke, du weißt schon, wer ich bin. Boah, meine Damen und Herren. Ein Applaus erstmal. Herzlich willkommen zum Die Deutschen Podcast. Wir haben uns wieder nicht lumpen lassen. Kosten und Mühen gescheut. Wir haben Kosten und Mühen gescheut. Nein, wir haben keine Kosten. Wir holen Leute, die umsonst. Wir wollen nichts zahlen. Wir haben kein Geld. Herzlich willkommen zu dem wunderbaren Podcast. Die Deutschen, der besten Podcast der Welt. Der Welt. Joe Rogan, mach nicht so Welle. Mit dem schönsten Partner, den man nur haben kann. Cheyenne Garcia. Nein. Nisa. Cheyenne ist der schönste Mann der Welt. Ich möchte gerne mit ihm ins Bett, aber er will nicht. Ey, bevor ich zur Folge komme, möchte ich ernst was sagen. Ohne Witz. Die Brad Pitt hat mich angerufen. Er hat doch eine schnelle Nummer. Doch, wo hat Brad Pitt deine Nummer her? Der hat bei HB angerufen. Der hat bei HB angerufen und er hat mich angerufen. Er hat gesagt, kennst du Cheyenne? Da habe ich gesagt, ja. Da habe ich ihn gefragt, warum sprichst du mich so viel an? Dann meinte Brad Pitt, ich bang um meinen Status als sexiest man alive. Ja, danke schön. Und dann habe ich gesagt, Brad, Bruder, ich kann dir nicht helfen. Jo, Brad. Jeder muss irgendwann abtreten, ja? Cheyenne hat diesen Spot jetzt so als sexiest man alive. Okay, da kann man nichts mehr rausholen. Der hat natürlich die Schippe wieder so weit hochgelegt. Also das ist so. Eine Schippe draufgelegt? Nein. Du meinst, Messler hat doch hochgelegt. Ich habe immer wieder zusammengelegt. Ich bin mir noch nichts mal aufgefallen. Warte, aber du kannst ihn ja mit seinem Alter jetzt vorstellen. Ja. Wie schlau sie ist. Der m-m-m-jährige. Okay, stimmt. Okay, okay. Ich fang an. So, man sagt, auf alten Pferden reitet der Messer. Man sagt, ein guter Wein ist erst, wenn er alt ist. Wenn er alt ist, ja. Wenn er seit Jahren im wunderbaren Weinkeller, der sehr trocken sein muss. Er ist der wunderbare und der sexieste Man mit 47. Er hat George Clooney abgelöst. Er ist der George Clooney der Nefries. Der Nefri George Clooney. Der Nefri George Clooney, wirklich. NGC. So, er ist wunderbar. Der lustigste Mensch der Welt. Das habe ich schon hundertmal gesagt. Hat er auch schon einige Male immer bewiesen. Und einige Male. Ey, das mit dem Rollen. Das ist übertrieben krass. So, auf jeden Fall ist mir eine Ehre, dass du mein Partner bist. Aber genug von uns. Er ist richtig arrogant. Ja, also ich fühle mich schon so, weißt du, so als Gast. Ich denke so, 10 Minuten, 15 Minuten später. Die machen doch aus, ich stehe auf dich, würde dich gern ficken. So, und dann bin ich... Oh, Scheiße. Esra, Sabbe oder Sabbe? Können Sie das so Dings machen? Nein, wir wollen den Warenkarrieren. Nein, selbstbestimmt ist die Frau. Selbstbestimmt ist doch die Frau. Ja, guck mal hier, das Ding habe ich noch. Meine Damen und Herren, wir haben Esra. Wurde alle hier, meine Damen und Herren. Ein Applaus, ein Applaus. Dankeschön. Esra ist eine Koryphäe des deutschen Synchronsprechens. Tony Hawk. Sie ist der Tony Hawk des deutschen Synchronsprechens. Denn auch wenn aufgrund ihrer Sexualität sie eigentlich ein wandelndes Küchengerät ist... Wie lange hat das jetzt gedauert? Ist sie natürlich... Das kommt einfach locker flockig aus dem FF. Ist sie natürlich ein Superstar des deutschen Synchronsprechens. Und wir lieben die deutschen Synchronsprecher. Wir haben die besten deutschen Synchronsprecher. Das ist ein Skill, das ist eine Kunst. Ja. Wir befürworten das und wir wollen diese Leute, wir wollen denen mehr Spotlight geben. Denn das ist nicht einfach so ein Bild posten von einem Oberteil, wo man drunter deine Nippel sieht und dann so ein Swipe-Up. Ja. Sondern das ist... An dieser Stelle muss ich an Simon Dessio denken. Genau. Der die Gelbsucht hat. Die Gelbsucht hat. Der sieht schon anders aus. Ja, der ist gelb. Manchmal dachte ich, der ist ein Asiate. Aber es ist ein anderes Thema. Sieht der nicht aus wie von Men in Black, der eine da? Ja, die Kaffee servieren bei Men in Black 2. Diese Aliens. Und die Simon Dessio aus, ne? Ja, das ist einer. Das ist eher 15 Mal, die haben eine mit CGI so gedoppelt. Wir wollen es... Ja. Nee, red weiter. Ich will nicht sagen. Wir wollen es dir nicht vorwegnehmen. Ja. Für was bist du bekannt? Ach so. Ja. Für Haus des Geldes Tokio wahrscheinlich. Darauf erzählen wir uns. Schön, wenn wir für die Küche des Geldes bekannt sind. Haus des Geldes Tokio. Kennt jeder. Ich glaube, die erfolgreichste ausländische Serie in Deutschland. Kann das sein? Ja, ja. Ich glaube, weltweit. Die ist weltweit. Weltweit. Weltweit die erfolgreichste Nicht-Hollywood-Serie. Nicht-Hollywood-Serie. Meine ich, bevor jetzt irgendein Klugscheißer wieder drunter schreibt. Nee, die ist nur auf Platz 4. Sie ist eine der erfolgreichsten Serien. Und natürlich nur wegen Esra. Natürlich. Natürlich. Und deswegen bin ich heute hier. Ja. Weil? Es ist uns eine Ehre? Ja, es ist uns echt eine Ehre. Du bist die erste Frau? Ja. Die erste Frau, die hier... Ey, das ist krass. Warum? Nein, weil, warte. Ich würde... Nein, weißt du warum? Weil ich hier wissen, ob die Frauen nicht kommen wollen oder ob ihr die Frauen nicht wollt. Das ist eine ganz lange Geschichte, Schwester. Das ist eine ganz lange Geschichte, Schwester. So, ich erzähle dir immer so, guck mal. Auf jeden Fall. Es gibt hier... Du hast ja gesehen, das Büro ist hier groß. Ja, sehr groß. Sehr groß. Wir haben hier sogar einen dritten Stock und so. Hier arbeiten sehr viele Menschen, ein Team. Die wählen aus, wer kommt, dann wird angeschrieben, wird getan, getan, was soll. Auf jeden Fall, am Ende des Tages musstest du nur durch eine Hand durchlaufen. Und das ist Nizar. Okay. Mir ist egal. Ich bin ein richtiger YouTuber. Ich nehme jeden Penner hier rein. Ob es da die Klicks... Ob es da die Klicks stimmen, mal. So. Auf den Kopf, hören wir, hört sich das dann an. Also, mir ist das egal. Ja. Der Erleck ist ganz weit weg. So. Aber er hat ja so eine Mohamed Ali-Metalität. Hör mal zu, die ist das. Hier kommt keine Frau im Podcast, solange ich lebe. So, ne? So. Die haben eine Küche. Das ist der Style, das ist witzig. So, ne? Das ist der Nizar. Ja. Und er kriegt dann die Akte. Eine Akte steht drin, für was die Person steht. Was sie macht. Oder wenn sie bekannt ist, dann ist das klar. Ja. Dann kam die Akte Esra. Die Akte, okay. Die Akte Esra. Ja. Er hat aufgeschlagen. Okay. Er hat gesagt, stopp. Das ist die erste Frau, die ich im Podcast haben möchte. Denn sie bringt etwas Schönes mit. Anstand und ein Talent. Ne? Und deswegen hat er gesagt, will ich sie unbedingt hier haben. Ja. Dann hat er gesagt. Dankeschön. Kannst du ihre Spesen bezahlen? Und dann habe ich gemeint, kein Problem. Das klären wir schon. Dann hat er gesagt, ich will die unbedingt hier haben. Dann haben wir gefühlt ein Jahr auf dich gewartet. Ja, genau. Weil du ja so cool machst. Ja, warte, es kam Corona dazwischen. Nein, erzähl mir. Aber komischerweise triffst du dich mit dem und dem. Das ist eine krasse Unterstellung. Nein, ich habe es doch gesehen. Wir haben doch Augen. Ja, klar. Doch, ich treffe mich mit dem. Komischerweise, mit anderen Stars war die direkt am Start. Aber wir sind ja nur irgendwelche zwei. Ja. Wir sehen ja aus wie so. Zwei Simon Deschius. Ja. Das ist doch der Hüte. Nein. Gott der Hüte. Gott der Hüte. So, deswegen ist es uns wirklich eine Ehre. Weil du bist unser erster weiblicher Gast. Und du bringst ein ganz krasses Talent mit. Ein ganz krasses Talent. Also wir sind wirklich Fans von deiner Kunst. Danke. Weil wir sagen, das kann nicht jeder. Wir können sehr viel Scheiße labern. Das kann auch nicht jeder. Kann auch nicht jeder. Aber ist das ein Skill? Ja, klar. Das ist ein Skill. Findest du? Ja, okay. Alle deine Cousins können das auch. Ja. Nur so Scheiße reden? Können wir sagen, wir können was? Ja, klar. Seien wir ähnlich. Ja, klar. Bruder, wir reden einfach nur Scheiße. Aber ihr seid gut darin. Ja, toll. Wenn jemand gut im Heroin spritzt, dann hat er auch ein Skill. Kennst du den Jack? Der ist der Baba Heroin-Fixer. Weißt du, wie der das ist? Wie der die Ader findet. In einem Guss, Bruder. Auf jeden Fall, Esra, du bist bekannt geworden, durch Haus des Geldes, aber du machst das schon ziemlich, ziemlich, ziemlich lange. Eigentlich ist sie in einer anderen Kult-Serie vorher gewesen, die die Kiddies in deinem Alter so kennen. Ja, ich war sogar Fan von dieser Serie. Echt jetzt? Ja. Darf ich sagen? Ja, sag mal. Disneys große Pause. Tatsächlich echt jetzt. Wer ist die denn da? Spinelli, oder? Nein. Nein, Gretchen. Gretchen. Ja, und meine Geschwister sagen das auch immer. Immer wenn ich sage, ey, ich kenne die Esra, sagen die, ja, Esra ist bei Disneys große Pause, die wissen ja alles. Ja, ja. Und die sind geliebt. Weißt du, dass ich wurde gecastet auf die Rolle und ich wollte Spinelli sein. Ich habe mich in Gretchen Null gesehen. Ich meinte so, nein, ich bin die Coole, ich bin die Schwarzhaarige, das bin ich. Aber ich habe nur für Gretchen ausgereicht. War das deine erste Rolle? Eine der ersten großen Rollen, ja. Wie bist du überhaupt da reingerutscht? Das ist ja erstmal interessant. Ich bin, also ich habe mit zehn angefangen. Krass. Aber ich würde mich, sorry, dass ich da reingerutsche, ich würde aber vorher gerne wissen, wie kamst du überhaupt, dass du das kannst, dass du zum Casting gehst? Oder hat man dich da einfach hingefärscht? Nein, bis dahin war ich dann sozusagen, wusste man, dass meine Stimme ungefähr auf die Rolle passt. Also man kannte mich sozusagen. Ah, okay. Aber ich habe mit zehn angefangen, da wusste ich noch nicht mal, was von Synchronisation bin, durch Zufall reingekommen. Eine Freundin von mir hat mich mitgenommen, weil ein Kind ausgefallen ist und dann stand ich da und ich konnte nichts damit anfangen. Aber ich habe es ausprobiert und seitdem bin ich dabei. Seit du zehn bist? Seit ich zehn bin. Und jetzt bist du ja 17? Das heißt, du bist seit sieben Jahren? Richtig. Seit sieben Jahren bin ich ungefähr dabei, ja. Nein, ich mache das jetzt tatsächlich fast seit 30 Jahren, wenn man überlegt. Ey, du bist ja echt wie so ein Wunderkind. Nein, man wächst ja da rein. Wenn du mit zehn angefangen hättest, irgendwas, dann wärst du auch oben nach drei. Zum Beispiel, dann wärst du ein Baba im Strippen. Ja. Was ich ja bin. Was kann ich mir vorstellen. Ja, weil Kinder strippen ist ja da, wo ich herkomme, ganz normal. Ist doch gut, Mann. Ein Scherz. In dieser Richtung muss das sein. Die arme Esser, die kriegt keinen Auftrag mehr, nachdem die hier war. Weil die Leute sagen, hey, wo warst du? Was sind das für Leute? Kann man Kooperationen bei der E-Mail-Poste oder E-Mail-Postein zurückziehen? Ja, ja. Warte mal kurz. Ja. Und, äh, warte. Ja. Weil ich habe gedacht, nicht gedacht, ich habe es irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt. Das weiß ich. Dass ich gesehen habe, dass zum Beispiel sehr oft kleine Jungs in Filmen. Ich habe jetzt Angst, was kommt nach kleinen Jungs. Nein, 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 keine Angst. Das ist kein Michael-Jackson-Podcast. Die ist nach kleinen Jungs. Ich stehe und denke sich so, boah, warum haben wir die eingeladen? Ich habe auch nicht offen gesagt. So in der Konstellation läuft das geil. Dass kleine Jungs von erwachsenen Frauen gesprochen werden. Ja. Das auch. Genau. Ja, ich spreche aber auch kleine Jungs. Ja, genau. Das heißt. Also Bart Simpsons mäßig. Ja. Nein, ich rede auch in Filmen. Aber die wurde auch Anke Engelke, wie heißt sie? Anke Engelke. Die hatte ich gesprochen, ne? Ja, ich glaube, tatsächlich. Nee, die spricht March. Oder nee, ja, wollte ich gerade sagen. Ach so. Ich habe irgendeinen Film, da habe ich ein Making-of gesehen, ich weiß nicht mehr was, irgendeinen Film in den 90ern. Und der kleine Junge, der da die Hauptrolle ist, wurde einfach von einer erwachsenen Frau gesprochen. Und deswegen hatte ich jemanden im Kopf, ey, die nehmen gar nicht Kinder für Kinderrollen. Das ist so in meinem Kopf geblieben. Aber das ist halt so auch so. Das heißt, bei Disneys große Pause, die Kinder wurden wirklich von Kindern gesprochen. Ja, richtig. Aber es ging ja ziemlich lange, Esra, ne? Was? Disneys große Pause. Ja. Wie lange? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Aber schon über Jahre. Ja, minimum vier, fünf Jahre. Ja, würde ich sagen. Ja. Ich habe das ja immer gesehen. Ja. Das ist schon eine geile Serie gewesen. Ja, übertrieben geil. Ich habe dir auch gefallen. Ja, das ist schon mal AJ, TJ. TJ, glaube ich. Mit der Kappe. Spinelli. Gretchen. Gretchen. Mike. Mike, stimmt. Mike. Und das war es, oder? Dann gab es diesen König, der immer auf diesem Spielplatz oben war, der immer so seine Rechte gemacht hat. Ja, stimmt. Dann gab es diese Zwillinge. Dann die Hausmeisterin, nee, die Direktorin oder so. Oder böse Lehrerin. Gruntler oder irgendwie sowas. Es gab Randall? Randall, stimmt. Ich kann ja gar nicht mitreden. Mr. Finster. Ja, stimmt. Und Randall. Habe ich auch einen in der Shisha, weil der ist auch so eine Pätze wie der. Wir nennen den auch immer Randall. Ja. Du hast diese Rolle bekommen und seitdem kamen dann immer mehr Anfragen und dann bist du da drin geblieben. Ja, schon vorher immer mehr Rollen. Das hat sich immer gesteigert sozusagen. Aber je größer die Rollen wurden, desto eher wurde ich bekannter in der Szene und habe immer mehr Rollen, immer größere dann auch bekommen. Was hast du nach Disney's große Pause gemacht? Oh, weiß ich ja. Das ist übelst lange her. Aber ja, in der Zwischenzeit, was habe ich gemacht? Ich habe, ich habe, aber das sagt euch bestimmt nichts. Doch, Pain and Gain sagt euch doch was, oder? Von Mark Wahlberg und The Rock? Ja, da habe ich mitgesprochen. Dann der neue Baywatch, da habe ich mitgesprochen. Bei Ted habe ich mitgesprochen. Nein, bei Ted. Ted fand ich super den Film. Ab Folge 2 war ich dann die Blonde, die mit dem Teddy geheiratet hat. Oh. Wie hieß die denn nochmal? Ah, Bestialismus. Das ist dein Ding, ja? Das ist absolut mein Ding. Deswegen bin ich auch heute hier. Boah, stark. Kam sie aber zurück. Ganz tiefer Witz, Alter. Der ist gut. Geile Sachen. Ja. Was noch? Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, in meiner Kartei sind so über 600 Rollen. Es gibt eine neue spanische Serie, die auch sehr beliebt ist. Da bist du auch, ne? Elite. Elite meinst du, glaube ich. Das gucken doch auch alle, oder nicht? Ich bin aus Serien raus, weil ich habe so mein Leben fast verloren. Aber ja, so voll ernst, so voll depressiv. Ja, aber ich meine, das ist ehrlich ernst. Mann, Mann, so viel. Das war kein Spaß. Das war wirklich kein Spaß. Wenn ich einmal eine Serie anfange, ich bin süchtig. Ja, was sind denn zum Beispiel für Serien? Ich habe zum Beispiel Suits geguckt. Ja, oh, die war auch gut, ne? Total. Ja. Ich habe, glaube ich, eine Staffel so in 16, 17 Stunden geguckt, ohne Schlaf. Ja, dann bist du ja krank. Also so gucke ich die Serie. Ja, aber die meisten, wenn du so richtig drin bist in einer Serie, die suchten durch. Ich verstehe das. Ich verstehe nicht, dass das gecuttet wird. Mich nervt das auch. Ja, weil das ist ja psychologisch geschnitten, dass du immer dranbleiben musst. Natürlich. Weil dann sagst du, weißt du was, aber dann irgendwann, um mich selbst zu retten, aus diesem Empfang. Du hast deinen Fernseher genau aus dem Fenster geschnitten. Bin ich hingegangen, habe mir immer den Anfang angeguckt, irgendwann in die Mitte und bin am Ende gegangen. Weil Ende, weiß ich immer, jetzt geht's ab. Was war das denn für ein Style? Weil ich konnte nicht mehr. Ich bin krank geworden, wirklich. Bei Prison Break damals, weiß ich, das war sehr, sehr schlimm. Konnte man ja damals gar nicht durchgucken. Also als es aktuell anlief, das weiß ich. Da musst du immer eine Woche warten. Donnerstag. Und nach jeder Staffel, ja. So, ich bin aber hingegangen, ich habe gewartet und dann habe ich die Staffel auf Blu-Ray oder DVD gehabt, ich glaube, und habe einfach zwei Tage nicht durchgeschlafen. Also ich habe nicht geschlafen, zwei Tage durchgemacht. Ja, okay, der braucht echt hin. Also ich bin wirklich krank bei Sitten. Warte, aber dann nimmst du doch mit dem Kopf nicht mehr auf, was da passiert. Ja, aber ich träume sogar manchmal davon so. Der träumt, dass er Michael Schofield ist. Also ich gucke so lange, bis ich dann träume. Doch, der ist mal in meinem Zimmer aufgewacht. Und meinte Nisa, ich bin hier, um dich zu retten. Ich weiß nicht, du kannst. Ich hole dich hier raus. Ja. Ja, krass, echt, ja? Ja, ich bin Serien. Deswegen gucke ich keine mehr. Ich habe Breaking Bad nicht gesehen. Boah, das ist die beste Serie. Weil ich wusste, okay, das wird wieder so anfangen. Was habe ich noch nicht gesehen? Was ist denn so Elite? Ja, Elite. Habe ich nicht gesehen. Haus des Geldes, hast du das gesehen? Das habe ich gesucht. Ja, okay. Und ich finde, jetzt ohne zu schleimen, ich finde wirklich, Tokio ist die geilste Rolle in dem Haus des Geldes. Und der Professor. Ja, der Professor. Professor und Tokio. Weil Tokio hat so eine geile Art, da kannst du auch immer später darüber erzählen, wie du das geschafft hast, diese Art rüber zu bekommen. Weil die hat so dieses sehr weibliche, aber trotzdem so, ich bin... Taffe und, ja, stimmt. Also ich finde auch, Professor... Macht die viel Haushalt, Tokio? Gar nicht. Gar nicht. Ja, toll. Gar nicht, deswegen wurde ich auf sie besetzt, genau. Die meinten so, ich brauche nur... Ich kann nicht kochen, wisst ihr das? Ich kann nicht kochen. Warum sagst du das, ohne dich zu schämen? So, ich bin stolz darauf. Aber du kannst ja ein bisschen kochen. Nein. Sag das nicht. Aber Kurden, wenn er das wieder rauskappt und so, hab ich kein Mist drauf. Aber du bist nur Kurden, die kochen doch immer für 800 Mann. So, nein. Mein Vater kocht voll gut. Wann sollen die das gelernt haben? Die hat doch mit 10 schon gearbeitet. Ja, ich hab schon hier an das Kinderarbeit. Wie schrieg du jetzt mit 46 vor einem Jahr? Sag doch, ey, wieso... Guck mal, ich will jetzt wirklich wissen, wie alt du bist. Sag doch die ganze Zeit. Nein, aber ich halte das für ein Gerücht. Ich glaube, guck mal, entweder bist du 21 und es ist besser, jünger aus... Also so zu tun, als wärst du älter, aber du siehst jünger aus. Jetzt lass mal aber die Kirche im Dorf so. Ich bin der Highlander. Ich war schon immer da. Oder du bist wirklich so... Guck mal, als Brave... Du weißt nicht, wie das im Orten klingt, ne? Weißt du, Gott, ich weiß auch mal, dieser Gedankengang ist schon geil. Guck mal, kennst du diese Filme? Als Braveheart gedreht wurde, ist der vorbeigelaufen. Also er hat so in die Kamera und guckst weitergegangen. Als dann... Als dann der Pate gedreht wurde, war er auf der Hochzeit. So. Also er war überall... Er ist der, äh... Adolf Hitler. Das ist einfach so. Ich hab's nur reingemacht. So random, einfach so. Was war los? Das ist so, man erzählt so... Ey, wie geht's der Familie? Und einfach kommt einer und sagt, ja, Spreicheldrüsenkrebs. Ja, ja. Einfach aus dem Nichts. Warum holtst du A-H, ey? A-H. Das ist ein A-H. So ein neues Game. Wo holtst du den A-H raus? Die A-Hs, alle. Einfach so random, haut da so Sachen raus. Huckleberry Finn, alle. Kennst du den noch? Kennst du den noch? Ja, klar. Huckleberry Finn. Ja, klar. So, auf jeden Fall. Von Tom Sawyer. Ja. Wie kommt ihr auf so eine Scheiße? Der ist der Forrest Gump. Guck mal, egal was in Deutschland passiert ist, jedes Ereignis, einfach in die Sache stand an der Ecke. Bei der Mauerfall. Ja, bei Mauerfall. Der war dabei. Der hat diesen ersten Stein gemacht. Die Saar ist alt. Aber was ist das zugegeben? Bei meiner Geburt hat er die Nabel schon gemacht. Da hab ich schon mit dem geredet. Und der chillt auch nur so, guck mal, der versteht sich mit meinem Vater besser als mit mir. Weil er alterstechnisch näher an ihm dran ist. Sogar mein Vater ist jünger. Wie alt bist du? Ich? Ja. Rate mal. Ist das jetzt auch ein Geheimnis? Das weiß auch niemand. Ja, das weiß auch niemand, wie alt er ist. Wieso macht ihr? Ihr macht so. Weißt du, warum wir so machen? Das ist Taktik. Nein, das ist keine Taktik. So, damit die Leute dranbleiben, weil die hoffen dann in der nächsten Folge. Es geht gar nicht um die Gäste oder so. Es geht um das Alter. Nein, wir wollen, dass die Leute in der Anzeige kommen. Was? Wir wollen. Kann ich noch kündigen eigentlich? Du hast dir was unterschrieben, als du hier reinkamst. Genau. Es ist so, wir wollen, dass die Leute hinter die Fassade blicken. Wir wollen nicht, dass das alles... Man muss uns so nehmen, wie wir sind. Wir sind. Ja, Alter. Alter spielt keine Rolle. Guck mal, außerdem haben wir 2021. Alter, Geschlecht. Ja, guck, das spielt doch alles keine Rolle. Guck mal, solange eine Frau oder ein Mann sagen darf, mit einem Gewicht von 200 Kilo, dass er schwere Knochen hat, dann müssen wir auch nicht unser Alter sagen. Ganz einfach. Aber Shine ist sehr jung. Ich bin wirklich jung. Shine ist... Ich bin jünger aus... Ja, ich bin sehr jung. Okay, weißt du, was... Jünger als du sagen? Nein. Weißt du, was der erste Film war, den ich im Kino geguckt habe? Sag mal. Ernst jetzt. Oh, das hast du schon mal gesagt. Sag mal nochmal. Der erste Film, den ich im Kino geguckt habe, war Batman von 89 mit Michael Keaton und Joker. Und der Film ist ab 12. Oh, ich bin in Mathe echt scheinbar. Mann, aber 47 kommt nicht hin. 46, 47? Nee, nee. Jünger, älter? Alter ist doch unwichtig. Alter ist nur eine Zahl. Alter ist nur eine Zahl. AJ, nothing but another. Ja, da sind einige dafür in den Knast gekommen. Ja, der R. Kelly hat doch seinen Song noch geschrieben. Ja, ich weiß. Wie stylisch der ist. Der zeigt einfach, ich bin ein Paedo. Aber der feiert das. Weißt du, wenn du seine Songtexte nimmst von R. Kelly, das ist einfach nur die Abschrift vom Staatsanwalt, was er vorgelesen hat. Ja, genau. Der ist einfach so. Aber er steht zu dem, was er ist. Es gibt ja Leute, die... Das ist nicht so gut. Ey, das ist teilig. Die kam gut zurück. Ja, ja. So, Esra, es geht ja nicht um uns. Du bist ja der Gast. So, Esra. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Du hast einige Rollen dann gehabt. Ja. War das aber in... Hast du dich da so... Bist du da aufgeblüht in dieser Rolle? Oder sagst du, ich will vor der Kamera stehen. Hast du mal kurz gezweifelt, das mal nicht mehr zu machen? Oder sagst du, nein, ich bin Leib und Seele synchron sprecher. Ja, voll. Das ist voll meine Leidenschaft. Ja? Also ich habe eher so ein Problem, vor der Kamera zu sein. Als so, da kann ich mich voll gehen lassen. Das ist voll mein Ding. Bin ich reingewachsen. Jogginghose, dort rein. Ja, oder auch mal so. Ja, oder abnehmen und so. Oh, wieso hat er ein Problem damit, dass ich... Ich bin nicht dünn. Die Leute werden jetzt sagen so, ey, ich dachte, du bist dünn, dabei bist du fett. Doch, du hast doch auf der Waage. Du wiegst 41. Habe ich eine Waage? Ey, bitte hör mal. Ja, bitte nicht. Ich war noch nie... Weißt du, dass ich seit Jahren nicht auf der Waage stand? Echt? Das ist auch eine Zahl, die mich nicht interessiert. Ja, die Zahl interessiert dich nicht, ne? Du sprichst ja kleine Jungs, ne? Hast du gesagt? Ja, hab auch mal kleine Jungs gesprochen. Ich habe nicht gesagt, du fasst kleine Jungs an, sondern du sprichst kleine Jungs. Die Leute so tun. Du sprichst ja kleine Jungs. Wir kommen mal ins Gefängnis nach der Folge irgendwie. Deines T-Dos. Ist noch nie was passiert. Ist noch nie was passiert. Wir haben schon die ersten 160 Folgen auch Angst gehabt. Aber mittlerweile, scheiß der Hustkopf. Es kommt nix, es passiert nix. Es passiert nix. Wollte ich sagen, warum? Die Leute freien uns. Die Leute freien uns. Oder Leute, die Drogen dealen, da passiert auch erst in drei Jahren nix. Die sammeln erst. Sammelklack. 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 Wie viele Folgen habt ihr jetzt insgesamt? Weiß ich gar nicht. 166, 167, keine Ahnung. Irgendwas mit 100. Safe 160. Zahlen sind irrelevant. Ja. Ja. Wenn du einen kleinen Jungen sprichst. Ich mach dir mal, guck mal, Zeichentrick da, Martina. Ich will da gar nicht hin. Warum machst du das mit mir? So zum Beispiel. Boah, krass. Aber das ist halt Zeichentrick. Da kannst du alles machen. Kannst du Gretchen machen? Ah, da war ich 20 Jahre jünger. Noch jünger, weißt du mal. Ist egal. Ähm. Äh. Hey, ich bin's Gretchen. Na, erkennst du meine Stimme? Boah, krass. Klingt das immer noch so? Nein, nein, nein. Doch, man hört das raus. Wenn man das als Kind geguckt hat, hört man das raus. Okay. Hast du irgendeine Traumrolle, die du mal haben wolltest und nicht bekommen hast? Ähm. Ne, so spontan fällt mir nichts ein. Aber ich hab für eine Rolle sehr gebangt, die ich dann auch letztendlich bekommen habe. Darfst du das sagen? Ja, die ist, ich wollte auch, ich hab letztens noch über den Film geredet, das war ganz interessant, da hab ich eine 17-Jährige gesprochen und aber auch gleichzeitig eine 40, ja eine 40-Jährige. Und das Interessante war, ich musste beide Stimmen herstellen, also ich musste jung und alt sein. Musst du das, dann musst du auch anders sprechen, ja? Und die 17-Jährige war halt so voll lebensfroh und cool drauf und Party machen. Und die 40-Jährige war eine gebrochene Frau, so, ja genau, genau. Nein, so. Ich mach auch so eine Traumrolle, ich will, ich will ein Biopic von Saddam Hussein. Möchte ich Saddam Hussein sprechen? Was? Was, wenn man den darstellt in dem Film? Braucht ihr doch einen Sprecher? Du tust das, wenn ich ja filmen werde. Warum soll die mich nicht nehmen? Ein Bewunderer seiner Kunst. Stimmt, du bist auf der Berdy-Lade und kriegst einen Preis für die besteste Likonisation. Saddam Hussein! Saddam Hussein! Ich mach Saddam Hussein wieder hip, sodass solche Shirts von den Tarnen... Ist der ein dummen Pappler? Ist das geil? Also, das ist übertriebsteilig. Ich sagte, das ist der lustigste Mensch. Nein. Kannst nichts sagen, Alter. Ich liebe diesen Jungen, Michael. Ich will ihn heiraten. Auf jeden Fall. Ich will Strichlisten führen, wie oft ihr den hier bringt. Ja, wie immer. Aber guck mal, Esra. Im Jahr 2021 ist das alles okay. Männer dürfen sich auch anfassen. Guck mal, es ist doch so. Guck mal, es ist doch so. Ja. Esra. Sag mal. Wie kann man sich das vorstellen? Die Phasen der Arbeit. Ist das so, dass du zum Beispiel manchmal vier Monate frei hast, aber dann machst du so 18 Filme in drei Tagen? Oder wie ist das? Oder ist das so... Gibt es eine Saisonarbeit? Genau. Nein, du kannst es nie vorhersehen, wie es ist. Aber es ist tatsächlich so, dass du vielleicht mal einen Monat nicht so viel zu tun hast. Und dann hast du drei Monate, bist du einfach in Doppelschichten. Dann bist du morgens vom Mikro und kommst erst nachts wieder nach Hause, gefühlt. Guck mal, sie hat mir auch eben erzählt, das muss ich mal reinziehen, sie muss manchmal zwei Filme gleichzeitig synchronisieren. Naja, gleichzeitig, guck mal. Dann dreht man ja durch. Nee, nicht zwei Filme gleichzeitig, aber an einem Tag. Ja, an einem Tag, das meinst du. Ja, gleichzeitig geht die nicht. Du gehst sofort verschlafen ins Atelier und dann sprichst du halt so eine kleine Lilly-Fee-Prinzessin so. Hey, das Leben ist so schön und ich bin total glücklich. Und dann kommst du raus und dann bist du eine crack-süchtige Prostituierte und dann sagst du, ey, fick dich ins Mie, okay, du kleiner Bastard. Boah, geil! Ey, der Name ist mir egal, finde ich gut, aber. Und ja, und abends bist du dann halt so eine Tussi, die sagt so, ey, ich hab gesagt, du sollst damit aufhören, okay? So. Ey, das ist so krass, dass du hörst! Machst du das auch mit deinen, äh, mit deinen Händen auch? Ja, voll, ich bin vom Mikro total so, wenn sie telefoniert, bin ich so und wenn sie eine Tussi ist, bin ich so die ganze Zeit, ich bewege mich die ganze Zeit mit. Ah, krass. Ja. Ich finde das Hammer. Ich finde das auch, ich finde, ich hab immer... Ist das anstrengend, anders zu sprechen? Oder ist das einfach so ganz normal, wie du auch so sprichst? Ja, ja, also die Rollen sind ja so mir angepasst. Also die sehen ja schon, die sehen, ähm, da ist eine Rolle, da passt Esras Stimme drauf. Wir werden übrigens gecastet meistens, bei Tokio jetzt nicht, aber meistens werden wir gecastet, das sind ähnliche, also die wissen schon, dass ich das mit der Stimme herstellen kann, von daher muss ich nicht viel. Okay. Das heißt, wenn es Charaktere gibt mit einem fiktiven Land, dann holen die dich als Kurde. Absolut, genau, dann bin ich die Ansprechpartnerin, richtig. Den hast du... Okay, hattest du den noch nicht? Okay. Okay. Da kommen noch einige. Ja, ich glaub auch. So, Esra, wann kriegst du immer Bescheid, weißt du? So aus Ecke mit seinem epileptischen Anfall immer noch so, wir reden über andere hier, wir haben immer, äh, 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 ich hab sie Landlos genannt, ich bin voll witzig, was die Kurden ist, aber wie alt ich bin, weiß niemand. Ey, die ist stark, stark, aber das fällt jetzt jedem auf. Oh, du hast mich rausgesteckt. Oh, scheiße. Dann steck dich doch wieder rein. So, nee, warte jetzt, da war kurz, äh, Aussetzer, ja, aber jetzt ist alles wieder gut. Ja, okay. Ähm, wann kriegst du immer vorher Bescheid, weißt du zum Beispiel, äh, du musst jetzt, äh, einen Film sprechen oder so, die nächsten sechs Monate oder ist das immer so eine Woche vorher oder zwei? Nein, nein, also ich krieg eine Voranmeldung, dann weiß ich, ähm, die erste Staffel wird zum Beispiel von, äh, 10. Januar bis, ähm, 15. April gehen und dann ist die Voranmeldung drin und, äh, dementsprechend dann ab Montag sagt, ähm, also dafür hab ich auch einen Disponent, der macht die Termine. Die Leute rufen bei ihm an, geben die Voranmeldung durch und er disponiert das dann sozusagen für mich. Okay, musst du dich vorbereiten? Die, die Zeit fehlt dafür, keine Vorbereitung, du gehst ins Atelier, die Regisseurin oder der Regisseur sagt so, ja, ey, guck mal, ähm, wir haben hier eine neue spanische Serie, die wird auf Netflix laufen, heißt Haus des Geldes, du bist Rolle Tokios, eine taffe Frau, ähm, wird sich im Laufe, ähm, der Serie halt auch verlieben und so weiter und so fort, so große, grobe Dinge, zack und dann bist du vorm, ähm. Okay, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Film schaue, der ist ja so, wir kennen der Film-Liebhaber, ne, aber ich, wenn ich einen Film schaue, ich brauche immer. Du bist so ruhig geworden, du darfst ruhig epileptische Anfälle. Wenn ich einen Film schaue, ich brauche so eine Stunde, dass ich wirklich im Film drin bin. Also, am Anfang bin ich abgelenkt mit dem Handy und so und dann bin ich drin und irgendwann fühle ich auch mit, wenn was Trauriges passiert oder emotional oder ich mich aufregelte, dann bin ich drin. Ja. Aber ihr seht ja nur kleine Schnipsel immer. Ja, genau. Wie schaffst du dich da rein zu versetzen? Das macht mich verrückt, was wir für ein Können, das ist ein richtig krasses Können. Weil du musst zum Beispiel, ich kann mich an diese Tokio-Szene erinnern, als sie sie rausschmeißen. Ja. Aus der Bank. Ja. So, du musstest ja erstmal den ganzen Aufbau mit dem Vater und dies und das, dies, so, ähm, also so denke ich, so müsste ich es haben. Wie kannst du dich so krass in einem Schnipsel hier rein versetzen? Wow. Genau das ist es. Aber antwortet. Ja. Ja, also ich, ähm, wirklich, wenn ich vor dem Mikro stehe und die Rolle sehe, dann bist du auch die Rolle in dem Moment. Und du siehst ja deine Szene, also du siehst ja diese tragischen Momente. Und du, ich schwöre dir, du fühlst mit. Und wenn die, ähm, wenn du die Rolle magst, also bei Tokio, wenn, zum Beispiel eine Rolle, wenn ihre nahen, nächsten Leute gestorben sind, ich habe mit geweint. Das ist wirklich, du fühlst das einfach. Aber ist das nicht auch ein Können, in diesem kurzen Moment, das so ausleben zu können? Ja, 100 Prozent. Das ist ein Können. Das ist ein Können. Das ist ein Skill. Das ist Empathie vielleicht. Du hast jemand sehr krass Empathie. Jeder, der empathiefähig ist. Das ist das, was ich gar nicht besitze. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ja, aber guck mal, was mich, warum ich so Respekt vor dem Synchronsprechen, aber haben wir schon mal drüber geredet, ist, weil du gehst ja dann in diesen Aufnahmeraum und sagen dann, wie gesagt. Atelier nennt man das übrigens. Atelier. Sorry, junge Dame. Nein, ich wollte, nein. Ich kann nämlich alles wissen. Nein, das ist nicht da. Ich weiß. Ja, okay. So, und du hast dich mit deinem, ihr bester Freund ist übrigens hinter der Kamera. Masumito. Der Masumito. Und dann Masumito, Gott bewahre, überbringt dir eine sehr schlechte Nachricht. Er hat irgendwas. Er hat sein Zeh verloren oder so. Ja. Sehr gut. Hier, Aberglaube, das feiern wir doch. So, und dann musst du ja trotzdem in dem Moment, musst du ja in dem Moment glücklich sein. Verstehst du? Der ist so ein bescheuerter Typ. Ich bin bescheuert. Hast du über mein Aberglauben gelassen? Nein, ich lache, weil ich weiß, das sind so Insiderwissen, die muss man kennen. Ja. Aber so einige Brüder aus Bonn kennen das auch. Ja. Okay. Wie ist das? Gibt es so Momente, wo du sagst, ey, ich hab keinen Bock jetzt glücklich zu sein, aber dann musst du es sein oder ich will gar nicht traurig sein. Ja, voll. Und du musst dann abrufen. Und dann muss ich ja. Aber ey, das interessiert mich bei dir. Du musst die Leute ja zum Lachen bringen. Vielleicht hab ich Glück und dann spreche ich eine Rolle, die ist so dauerdebri, wenn ich einen schlechten Tag hatte. Dann passt das an mich mega. Das passiert auch. Ey, ich hatte einmal. Es ist immer nur ein Tag? Naja, unterschiedlich. Also zum Beispiel eine ganze Staffel? Ja. Sehr gute Frage. Unterschiedlich, je nachdem wie viel Umfang ist. Also du kannst auch eine Staffel, wenn du möchtest, an einem Tag abdrehen. Aber wie geht das? Das ist so unvorstellbar für mich. Weil wir gucken, weil eine Staffel, es gibt ja verschiedene Serien, aber so im Schnitt, können wir sagen 10, 12 Folgen? Ja. Oder sag ich was Falsches? Manche haben 20. Ja, manche haben 20. Aber sagen wir mal 12. Wir sind Toman. Und dann denkst du dir, ey, das ist ja eine Hauptrolle, die kommt in 12 Folgen ununterbrochen vor. Klar, in Interaktion mit anderen. Es ist für mich so unvorstellbar, dass das einfach alles in einem Tag eingesprochen wurde. Ich sag ja nicht, dass das nicht so ist, aber es ist halt krass für meine Vorstellung. Es ist so un... Man kann sich das kaum vorstellen. Ja, es kommt halt auf den Umfang an. Und ihr dürft nicht vergessen, wir stehen ja mittlerweile alleine am Mikro. Also, auch wenn eine Konversation stattfindet, bist du alleine. Dementsprechend schneller kannst du die Szenen abarbeiten. Wie entsteht die... Also, zum Beispiel, wenn ich hier meine Straßeninterviews schneide, ne? Ja. Da hab ich ja zwei Personen. Ja. So. Aber die sind einzeln, ne? Ja. Und ich schneide die zusammen und versuche dann so daraus einen Guss zu machen, ne? So, das verstehe ich. Das Problem ist, du musst ja so krass sprechen, dass es dich anhört, dass du... Wie eine Unterhaltung. Wie eine Unterhaltung. Ja, dass du darauf antwortest. Mit den Pausen und so, das ist ja richtig krass. Ja, zum einen ist die Regie dafür zuständig. Also, die hört ja alles sozusagen. Und die sagt so, naja, du bist jetzt nicht auf die Konversation eingegangen. Der hat dich das gefragt, dann musst du auf das und das betonen. Aber meistens liest du ja auch, was der andere gesagt hat. Und du siehst das auch im O-Ton. Aber du musst ja, genau, aber du musst ja emotional darauf reagieren. Zum Beispiel, du liest, er schreit dich gerade an. Und du musst dann mit einer Energie antworten. Du weißt ja gar nicht, wie seine Energie ist in dem Moment. Ey, das ist so krass. Wenn so andere Leute mir meinen Job erklären, wie sie sich das vorstellen, fällt mir auf, dass der einfach... Mir fällt das voll leid. Also, uns allen. Nein, das ist für mich das Schwierigste. Ich kann das gar nicht. Ja, weil zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss jetzt jemanden synchronisieren. Und dann wird der Regisseur da auch. Ja. Da würdest du mir sagen, oh, guck mal, jetzt schreit dich Shayan an, aber der ist ja nicht da, weil ich nehme ja selber meine Spur auf. Alleine, Entschuldigung, alleine meine Spur auf. Jetzt schreit er dich an und du musst jetzt, das musst du, da musst du jetzt ihn schreien, weil, auch anschreien, weil er hat dich gerade angeschrieben. Ich weiß ja gar nicht, mit was für einer Intensität... Ja, aber dafür hast du ja den O-Ton. Du siehst ja auf dem Bildschirm, wie deine Rolle dann ausrastet. Red das nicht klein, das ist ein krasser Skill. Das ist krasses Können. Ja, aber das ist genau... Aber du siehst ja den Original, die Originalfilmszene, ne? Ja, genau. Und du kannst dich dann so ein bisschen orientieren. Genau, aber vielleicht synchronisiert der andere das ein bisschen... Es ist ja trotzdem nicht immer so genau gleich. Das ist schon ein krasses Können. Du bist ein krasser Mann. Ja, das ist ein Talent. 100 Prozent. Nein, ja, aber darauf ich... Ich wollte auf dich hinaus. Ja. Das ist doch das Gleiche, wenn du scheiße gelaunt bist, auf der Bühne bist und Leute zum Lachen bringen. Ja, ja. Hattest du sowas schon mal? Ja, das ist schon so, dass du manchmal hinten... Wann nicht? Ist ja immer depressiv. Nein, es ist schon so, wenn manchmal was... Also guck mal, ich liebe meinen Job, deswegen mache ich das sehr, sehr gerne und versuche oft, so immer gute Laune zu haben. Aber es kommt natürlich vor, durch persönliche Schicksalsschläge oder irgendwas oder du siehst eine Frau, die halt nicht 90 Prozent ihres Tages in der Küche verbringt, sondern bist halt so... Und krass dünn ist, einfach mit über 60 Kilo. Ja, und dann ist es ja so, dann hast du keinen Bock. Ja. Dann sitzt du hinten und es ist wirklich so, du guckst auf dich und sagst, ey, ich muss jetzt in 10 Minuten auf die Bühne, ich habe doch gar keinen Bock. So, und dann, aber das geht nicht. Du musst dann bei alle... Und dann noch bei mir, ich habe ja super Pech, weil es gibt ja so Comedians, die sind lustig aufgrund, was sie sagen, aber nicht von ihrem Körper halt. Aber bei mir, wenn ich schon nicht so rauskomme, so, dann sind die ja schon voll enttäuscht. Ich muss ja ununterbrochen... Schon ein Schockmoment. Ja, muss ich ja in diesem... Ja, okay. Du musst schon als Flummi raus auf die Bühne. Ja, genau, ich muss in diesem Flummi, ja, ja. Aber du musst das halt machen, das ist der Job. Ja, richtig. Und bei mir genau das Gleiche. Nee, ich finde es bei dir aber krasser. Das ist nochmal was ganz anderes, weil du verschiedene Emotionen hast. Ich habe ja nur geisteskrank sein. Das ist meine Emotion. Ich habe nur eine Emotion. Das erwarten die. Die wollen ja nicht so einen tiefgründigen Nieser auf einmal oder so. Ich muss ja einfach so sein... Oh, eigentlich müsste er den mal bringen, auf die Bühne gehen. Leute, das ist der Sinn des Lebens. Ja, genau. Dann dich so auf den... Kann ich mal einen Stuhl haben? Dich so auf den Stuhl setzen, so dein Mikro so... So viele Sophieren. Ja, so Simon Desue-Scheißgelaber. Ich liebe es. Das ist so immer. Ja, klar, weil er so ein Betrüger ist. Was hat er genau gemacht? Simon Desue wird vorgeworfen, wir wissen es ja nicht. Genau. Und wenn man einem etwas vorwirft, was nicht bestätigt, ist es Diffamierung. Ja, okay. Okay, ihm wird aber was genau vorgeworfen? Es wird ihm vorgeworfen durch mehrere Videos, wo er exposed wurde. Okay, exposed. Dass er ein amerikanisches System übernommen hat, wie er armen Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Wie, mit der Hoffnung, sie reich zu machen. Investiere in mein Programm und du kannst dann so 4.000, 5.000 Euro die Woche verdienen. Ich habe es auch geschafft. Guck mal, ich habe ein Haus in Dubai, ich habe ein Auto, ich habe dies, ich habe das. Das habe ich alles damit erreicht. Wenn du das auch willst, kannst du es haben. Du musst jetzt dieses Programm machen. Das haben wir schon immer wieder gehört und gesehen. Und da hat sich dann ein YouTuber, nein, eine Crew, die heißen Two Bored Guys. Two Bored? Ja. Ausgeliehen? B-O-R-E-D. Gelangweilt. Bored. Ah, sorry. Sorry. Wir sind in Deutschland, Junge. Two Bored Guys. Dann musst du Englisch können. Ich glaube, kennst du dieses Format, wie heißt die immer, Simplizismus? Kennst du die? Nein. Ich glaube, das sind die Jungs. Ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall, die haben dann exposed, haben dann gezeigt, wie das System ist, von womit er das System geklaut hat. Auch noch? Ja, ja. Er hat auch die Seite geklaut, hat nicht mal die Quelldatei geändert. Die war immer noch von diesem anderen drinne. Und ja, und dann hat er jemanden ins Video gebracht, der mit seinem System erfolgreich geworden ist. Ja, das haben wir gesehen. Angeblich. Angeblich. Angeblich, okay. Und der Typ hat seine Ausbildung abgebrochen deswegen für dieses System. Also er sagt eigentlich mit anderen Worten, brecht alle Bildungswege ab, weil ihr werdet mit meinem Pseudo. Er sagt es nicht so, aber er zeigt, er so geht damit. Aber es kam mir nicht wohl, denn die meisten Influencer und YouTuber sind ungebildete Affen. Deswegen? Wo passt das jetzt? Ja, und Simon Deschow sieht schon anders aus, Bruder. Ja. Also deswegen, zurück zum Thema. Hey, aber warum macht man das? Er hat doch genug Kohle. Also warum will er den Menschen? Er scheint so. Anscheinend. Anscheinend. Fake it till you make it. Oder fake it till you die. Guck mal, es gibt eine Regel. Die kann man auf alles beziehen in seinem Leben. Eine Regel. Frau gehört in die Fische. Kommt jemand zu dir? Es kommt jemand zu dir. Ist das schon mal passiert in deinem Leben? Du bist ja schon ein bisschen länger als wir auf der Welt. Was ist denn aus? Auch die Fresse. So Urknall. Auch die Frage. Der Urknall. Ich hab den Urknall nicht bekommen. Der nicht. Ich kann euch das alles erklären, was alles angefangen hat. Auf jeden Fall. Es gibt eine Regel. Ey, sind Dinosaurier cool eigentlich? Ja, klar. Gibt es auch welche, die du streicheln konntest damals? Ja, ja. Es gab auch behinderte Dinosaurier. Auf jeden Fall. Wollte ich sagen, es ist schon mal euch passiert, also auch du, dass jemand zu euch kam und einfach euch 5000 Euro gegeben hat und sagt, viel Spaß. Ja, das schenke ich dir. Nein. Jeder denkt an sich am Ende des Tages. Wenn du schon 30.000 Euro im Monat verdienst, warum willst du das andere 30.000 Euro verdienen? Was ist der Sinn? Allein diese Regel, wenn man sich die Frage nur stellt. Warum sollte dir jemand einfach 30.000 Euro geben wollen? Hör mal zu. Weil er hätte auch daran verdient. Ja, aber das ist das Pyramidensystem. Das muss man aber sich als, also wenn du davor sitzt, das sehen muss man ja daran denken. Warum soll der Typ jetzt mir helfen? Für was? Weil er korrekt ist. Nicht mal mein Nachbar hilft mir, aber ein Fremder oder was? Ich helfe dir. Ja, Bruder. Du hilfst mir da und da kriege ich schon wieder was weg. Das ist ja normal. Ich gleich aus. Du gleich es aus. Weil du so viel Verlust durch mich machst. Egal, wir wollen ja nicht über unnötige Menschen reden. Ja, richtig. Wir haben ja die wunderbare Ezra hier. Hast du mit Z oder mit S geschrieben? Mit S. Z. Ezra gibt es nicht. Oder? Doch, Ezra. Tatsächlich in der Serie, die ich spreche, heißt mein Freund Ezra mit Z. Welche Serie ist das denn? Das ist Pretty Little Liars. Eri heißt meine Rolle. Dann sagt sie so, Ezra, ich liebe dich. Das ist komisch. Aber warum? Ja, stell dir mal vor, du sagst, Nötzer, ich liebe dich. Heißt, es ist dein Name, aber ein bisschen anders ausgesprochen. Ja, das stimmt. Hast du schon mal... Hast du mal über den Sinn des... Ja? Hast du mal eine Psychopathin gesprochen? Ja, ich spreche die mega gern. Wo? Ja, zum Beispiel diese 40-Jährige. Ah, die ist krank? Die von 17 auf 40, die ist gebrochen. Die wurde geschwängert durch eine Vergewaltigung. Dann wurde ihr das Kind rausgeboxt sozusagen. Dann hatte die eine Fehlgeburt, läuft mit dieser Fehlgeburt rum die ganze Zeit, redet mit sich selbst. Geile Rolle. Guck mal. Was macht der irgendwelche Bewegungen von der Seite? Nein, nein, ist die noch Single, weil ich hab einen Freund, wo sowas steht. Ist diese Freundsitz in die Klinke? Auf so nicht ganz sauberen Leuten. Du stehst auf so kranke Sachen, aber... Ja, der guckt so ein Frühstück-Sierienkiller-Dokus. Aber es erklärt dann einiges. Ja? Ja. Es erklärt ja einiges. Diese Erkenntnisse in ihrem Gesicht. Ach, Nisa, ist so ein... Ist ein süßer. Keiner Katze was tun. Keine Fliege. Keiner Fliege Katze. Obwohl, ich hab schon eine Fliege live auf Insta so einen Flügel rausgerissen. Nein. Aber das hab ich nur gemacht, weil die Zuschauer mich aufgeregt haben. Hä, was haben die... Oh, das tut mir grad richtig leid. Ja, genau. Ja, klar. Also das nächste Mal bist du's, so nach dem Motto. Nein, guck mal. Ja. Oh, das ist nicht wirklich schlimm. Nein, guck mal. Ich hab die Story oft erzählt, aber dir erzähl ich sie natürlich gerne. Guck, es ist so. Oh, ich mochte dich. Ja, warte doch. Du weißt doch gar nicht, was abgeht. Ja, aber Fakt ist... Ja, immer diese Leute mit ihrer gefängten Tierliebe. Das ist ein Tier. Nein. Ich liebe es. Es ist ein scheiß Tier. Nee, es ist mehr wert als ein Mensch. Mein Tier ist voll intelligent. Mein Hund ist so schlau. Echt? Weil er sitzt, wenn du sagst sitzt, und weil er so kommt, wenn du sagst komm, dann ist ja jeder Libanese auch intelligent. Hä? Warte, guck mal. Es ist so. Guck mal, Ezra, er ist schon sehr nett, seit du hier bist. Echt, ja? Er schüttet mir Wasser ein, das hat er noch nie gemacht. Achso, ja, krass. Okay. Du brauchst jetzt nicht damit anfangen. Warum? Du bist mein Bruder. Hier, das letzte Wasser aufreich für dich. Okay. Das hat er noch nie gemacht. Soll ich dann regelmäßig kommen? Ja. Wollt ihr das? Komm gerne regelmäßig. Okay, jede Woche. Ja, komm jede Woche. Okay. Okay, wir wollen stehen gegen ihn. Ja, sag. Okay, pass auf. Ja, aber ich will das mit der Regel wirklich wissen, weil für mich bist du gerade unten durch. Ey, ich hab mal eine andere Frage, apropos, ich wollte gerade sagen, ich blockiere. Warum hast du lange Zeit diesen Beyoncé-Move gebracht? Ich frag keinem, weil ich so wichtig bin. Und warum warst du dann so weit, dass du dann Leuten gefolgt hast? Und warum folgst du mir nicht? Du folgst Ezra nicht? Ja, warte doch mal. Und mir ist das krass, Digga, aber ganz ehrlich, warum bringst du dir was los? Was denkst du? Nein, 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 ich erklär es dir jetzt drauf. Ey, apropos, ich bin gerade, ja. Echt? Ja, aber du hast auch ein bisschen gebraucht, aber es ist nicht schlimm. Ja, warte, ich erklär es doch kurz. Ja. Ich erklär es doch kurz. Also erstmal. Das mit der Fliege. Oh, wir haben so viele Themen, die wir haben, aber hätten müssen. Komm erst zu Insta oder zu Fliege? Ihr könnt entscheiden. Guck mal. Ja. Es wird sehr lange werden. Es ist mir schon so ein bisschen handy. Ja, warte. Ich kenne Nisa. Ja. Bruder, wie geht's? Hast Hunger? Sollen wir was bestellen? Hey, Insta oder Fliege? Wo kommen wir zuerst hin? Also ich würde einfach weitermachen, keine von diesen Themen. So, wir können die abarbeiten. Ich kann das Sachen. Ja, ich weiß, du magst das. Das ist voll ein Ding. Echt, ja? Mag er das? Das ist eine coole Volker. Na, dann gucken wir erst mal die Fliege. Gucken wir nach. Warum fragst du uns, wenn du es trotzdem machst? Einfach so aus Tarof. Aus Tarof. Er möchte es einfach loswerden. Guck mal, nein. Heißt ich getriggert? Nein. Sind das so Themen, über die er reden möchte auch? Nein, aber du stellst mir eine Frage und ich möchte gerne beantworten. Ja. Ich will nicht unnötig sein. Natürlich, bitte. Okay. Es ist so. Ich war am Schlafen und die Fliege hat meinen Schlaf gestört. Ja. So, bzzzzzzz, die ganze Zeit. Ja. Okay, das heißt, ich kann meinen Nachbar auch töten. Na, warte doch mal. Ist ein Mensch das gleiche wie eine Fliege. Ja, dann stört auch immer mein Schlaf. Ja, so. Ja. Dann habe ich eine Fliegenfalle aufgebaut. Ja. Also an meiner Lampe so. Ja. Und dann bin ich morgens aufgestanden. Diese Klebedinger. Weil mein Schlaf, weil sie mich gestört hat. Das heißt, ich habe mir die ganze Zeit diese Fliege angeguckt, wie sie so sich bewegt und nicht da rauskommt. Und ich habe mich einfach richtig gefreut. Und ich so, du Kackfliege, du hast meinen Schlaf kaputt gemacht. Krepier jetzt. Dann habe ich, weil ich ein bisschen geisteskrank bin, das so gefilmt und in meine Story gemacht. Eine Fliege in einer Fliegenfalle, die du normal legal kaufen kannst. Dann haben mir voll viele Tierschutzkasper geschrieben. Was soll das? Stell dir vor, jemand macht das mit dir. Nisash war immer dein Fan. Jetzt nicht mehr. Mach wenigstens die Fliege ab. Und lass sie so fliegen. Hör mal zu, ihr Vollidioten. Unfollow. Ja, ihr Vollidioten. Das ist eine Fliegenfalle. Die ist dafür da, dass die Fliege sich da verfängt und stirbt. Das ist voll klebrig. Denkst du mir jetzt die Mühe, die so da abzuschaben? Die abzuschaben, wo du die eh verletzen wirst. Und hat mich das so aufgeregt, dieses Getue, weil es einfach ein Getue ist. Erstmal ist es eine Fliege. Die hat keinen Wert. Zweitens ist das eine Fliegenfalle. Eine Falle, die dafür da ist, dass die Fliege stirbt. Und deswegen, weil die sich so aufgeregt haben, so künstlich. Das ist ja künstliches Aufregen. Oh ne, die Fliege ist so wert wie mein Cousin. Das stört mich. Dann habe ich das extra so gefilmt und habe da so, weil die klebt ja da, so ein Flügel rausgerissen. So, tack. Und dann haben die sich natürlich doch mehr aufgeregt. Interessant. Also ihr seid wie so in so einer Ehe, ne? Ne, ich guck gerade, wie viel Schlaf braucht man ab 40? Weil das hat ja so Aggressionen ausgelöst. Also, dass wir das mal auch hier erwähnen für die Zuschauer, weil wir sind ja ein sachlicher Podcast. Ich finde die Geschichte übrigens immer noch nicht besser. Im Detailkenn. Ab 20 bis 50 bist du ja noch drin. Zwischen 7 bis 9 Stunden. Wie viele Stunden Schlaf hattest du in dieser Nacht? Weiß nicht, aber der hat mich genervt. Der hat die ganze Zeit rumgesummt. Echt? Ja, wie in so einem Kopf. Und dann ist die immer so auf meine Lippe. So draufgeschlagen. Ja, genau. Warum hast du dich einfach aufgestanden und hast das Fenster aufgemacht? Danke. Und sie versucht mit einem rauszuholen. Warum tut ihr so, als ob die fliegt? Ich bin so. Er red keine Scheiße. Klar. Erzähl nichts. Du hast einen Hund ermordet. Ja. Ja. Warte. Na ja. Das ist krass. Das würde ich nicht machen. Hast du einen Hund ermordet? Nein. Okay, erzähl die Geschichte. Wie ist sie denn? Guck mal. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, ob ich sie... Nein. Das mit der Flieger hat... Aber... Ich hab einen Hund. Ich hab einen Laboratorhund, ne? Ja. Und der hat mit so einem kleinen Chihuahua gespielt. Sein Hund hat einen Hund ermordet. Also ist er ein Hundemörderhalter. Nein. Doch. Nein, nein. Warte mal. Lass mich mal ausgehen. Wenn ich einen ermorde und du deckst mich und chillst mit mir... Warte mal. Und jemand dürft dir vor, ist dein Freund... Er wurde freigesprochen. Wer? Der Hund. Sein Hund. Dein Hund. Ist er überhaupt nicht freigesprochen worden? Er hat ihn ermordet. Das hast du selber gesehen. Ja, Unfall. Der Flieger war auch ein Unfall. War das Selbstverteidigung? Nein, der Chihuahua war schwächer und kleiner. Chihuahua hat beim Spielen, die haben gespielt, ihn gekratzt ins Gesicht, ins Auge, aus Versehen und hat ihn schnell zugebissen, hat aber sofort losgelassen. Okay. Aber das hat schon für den Chihuahua gereicht. Dann ist er seine Verletzung... Ist er... Ja. Ist er... Wie sagt man? Erlitten? Nee. Erlegen. Erlegen. Ja. Ja. Dann haben wir natürlich die Beerdigung bezahlt, das ging vor Gericht sogar. Ich habe auch die Beerdigung der Fliege bezahlt. So, dann natürlich, das war ja ein Schockerlebnis, weil das ist ja ein Familienhund. Allein, dass man einen Hund beerdigt. Guck mal, wie kann ich... Dann habe ich natürlich geguckt, wen kann ich anrufen, mir geht schlecht und so. Guck mal, was passiert ist. Wen habe ich versehentlich gewählt? Nisa. Wie versehentlich? Ich bin dein Bruder. Ja, aber ich habe in dem Moment die falsche Person angerufen. Ich habe mit so einer weinenden Stimme gesagt, ey Nisa, weißt du, was Balou heute gemacht hat? Dies, das, dass das passiert, ey, wir waren heute da, ganz krass, Polizei, Anwalt und so. Er sagt, Bruder, denkst du, dein Hund kriegt so eine eigene Netflix-Serie? So, der Killer-Dog, so eine Staffel, dass der so, dass der so im Gericht mit so einem Anzug sitzen muss. Oh, du bist so schlimm. Und dies, das wäre voll stylisch, Bruder. Das war seine Antwort. Eigentlich habe ich eine Frage, hat sich das aufgeheitert? Das hatte ich aufgeheitert? Irgendwann hast du gelacht. Ja, ich habe gelacht. Ja, dann bist du auch böse. Natürlich, ich habe gelacht, weil das so geistig auf einer anderen Serie ist. Also, guck mal, er heitert immer einen auf. Er stellt sein Glück immer zur Seite und will erst mal andere Menschen. Das stimmt wirklich. Der ist so. Er sieht verrückt aus, aber er ist ein sehr guter Kerl. Okay, was muss ich so machen, wenn jetzt hier eine Mücke so rumfliegt? Ja. Und ich mache so Töchel. Ich schwöre, Mücken sind die einzigen Lebewesen. Oh, das heißt, du suchst aus. Du kannst entscheiden, welche Liere leben sollen und welche nicht. Ja, bist du Bruce Allmächtig oder was? Ja, ohne Witz. Bist du Bruce Allmächtig. Eine Fliege, ja, wie die so tut. Eine Fliege, das verletzt mich voll. Du tust es auf eine Fliege so voll, das süße Tier ist. Hast du nicht die Fliege geguckt mit Jeff Goldblum von 1986? Nein. Wie alt warst du da? 86? 14. 14, kommt das hin? Mazu, du bist doch... Ja, auch nicht. Kannst du Taschen rechnen und so. Warum? So deswegen, guck mal. Ja. Also, eine Mücke kann ich killen, weil die eine Mücke nicht bekommt. Warum? Die ist auch ein Lieblings, die hat auch ein schlagendes Herz. Und hat eine Seele. Guck mal, ein Tier ist ein Tier. Guck mal. Jetzt Tiere unnötig. Ich habe extra gewartet, um darauf zu warten, weil nicht nur Disneys große Pause war, ich war schon ein Riesenfan, sondern von diesem anderen Disney-Film, wo du auch gesprochen hast. Welchen? Ich gucke mal, Kelly. Bleib doch einmal. 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 Ja, es ist einfach scheiße, dass ich mit drei Männern in einem Raum sitze. Ja. Ich liebe Scheiße. Und da läuft dann wie so eine Apfelsine. Das ist krank. Ey, das ist so geil, Alter. Ich habe mal kurz eine Frage an dich. Verstehst du, was sie sagen noch? Hörst du das? Also, akustisch. Ich habe mal kurz eine Frage an dich. Ich habe mal kurz eine Frage an dich. Ich habe mal kurz eine Frage an dich. Das ist geil, Alter. Das ist so geil. Darkwing Duck. Guck wie ein Bärenbatt. Das ist einfach neu. Nee, das ist so geil. Kennst du die Doku? Nee, ich habe nicht geguckt. Deswegen weiß ich auch nicht, wo wir lachen. Das war sehr familienfreundlich. Aber Akeli war eine Doku, wo Akeli... Über einen Sänger, der nicht ins gute Licht gerückt wurde. Ja, genau. Obwohl er aber lieber kein Fly gemacht hat. Nein, also guck mal. Ja, ich kenne dich, aber ich habe mir die Doku nicht angeguckt. Die Doku, da wird exposed, was er alles gemacht hat. Angeblich. Angeblich. Das ist bis heute noch nicht bewiesen. Aber wir sind ja eine vorverurteilende Gesellschaft geworden. Einer kann was sagen. Okay, genau. So, und das ist auf jeden Fall für Nizars Welt ein Disney-Film. Ja, warum warst du noch Fan? Boah, ich habe den Faden-Fan. Hilf mir mal auf die Sprünge. Ja, also, denkst du, nur weil sie ein Faden ist, weiß sie, wo der Faden ist? Nein, das war auch so dieses, das war auch wie so eine Prinzessin, so, wie heißt die? Ah, ich guck mal. Aber weißt du, dass die da drin war? Ja. Vielleicht war sie es. Ich habe recherchiert vorher. Er ist der Recherchierer. Du holst die Gäste und er recherchiert. Ja. Und dann so, damit ihr Themen habt, so Befragungen. Ab und zu. So, ich muss das mal finden. Ihr könnt uns so lange weiterreden. Also, Ezra. Ja, bitte. Du hast Surviving Our Kill nicht geguckt? Nein. Okay, hast du mitbekommen, dass über Cosby freigesprochen worden ist? Ja. Gut. Wie findest du das? Ich bin ein Typ. Ja. Ich fühle mich sicher in einem Rechtsstaat. Und der ist freigesprochen worden von einem Gericht. Okay. Also darf ich natürlich nichts sagen, weil das wäre sonst. Nein, du sollst ja keine Entscheidung treffen, aber mich interessiert deine Meinung dazu. Also meine Meinung. Ja. Ist. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Ja. Ja, genau, genau richtig. Ja. Ich glaube, High School Musical 4 war das. Ja. Da habe ich das geschrieben. High School Musical. Ja, ja. Von Anfang bis. Bisschen Anteil? Ja. Ja. Boah, meine Geschwister lieben High School Musical. Die singen jeden Kack-Song davon. Von wem hast du denn da? Äh, Charpay, die Blonde. Ist das ein Hauptgrund? Ja. Das hast du geguckt? Ja, klar. Welche Schauspieler haben war das denn? Ich habe schon eine kleine Schwester gehabt. Ja, ich habe keine Scheiße. Nein, wirklich. Habe ich die nicht? Du kennst die doch. Ja, du hast eine kleine Schwester, aber du hast es auch geguckt. Ja, ich musste doch mit der gucken, klar. Ich nicht. Wieso brauchst du Begleitung? Ich habe meine Geschwister am Freitag der 13. Ich bin noch mit Jason vorliegt. Guck mal, als meine Geschwister sind so zwischendurch, ich war nach. 1, 2, 3 und 4 ins Kino kam, musste ich ja hin. Ach so, im Kino, okay. Ja. Da war ich als Begleitung danach. Ich habe das aber auch gemacht, aber ich habe meinen Eltern immer angelogen. Die sagen, er bringt seine kleine Schwester zu Center Close 2 und dann bin ich einfach Texas Kettensingen-Massaker gucken gegangen. Echt, jetzt hast du es wirklich gemacht? Nein. Dass die so gezeichnet sind. Hass, die sind so, die kommen nie wieder klar. Wie hieß die Schauspielerin bei High School Musical? Ersteh, der Stay. Also Rolle Chapey. Chapey? Ja. Ey, du bist ein Star, Esra. Du bist ein Star. Ich bin doch ein Obdachloser. Ich bin doch, mich kannst du zu nichts gebrochen. Guck mal, Chapey recherchiert wieder. Ja. Und der hat dieses ich-recherchier-Gesicht gerade. Nee, also guck mal, ich muss, äh, Chapey ist so geil heute. Ich wollte feiern, ich bin ja Fan von Chapey, ich selber. Du bist ein Fan von Chapey? Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass ihr euch feiern. Ich habe ja, ähm, ich muss da was losgehen. Du warst ja auch gestern unterwegs. Ja. Bei Kikis, ne? Ja. Kikis Kitchen. Genau, Kikis Kitchen. Ist das eine Frau, die kocht? Ja. Das feier ich. Können wir die einladen? Kikis Kitchen, auf jeden Fall, ich bin absoluter Fan. Ich will auch unbedingt kennen. Ja, ja, ich will auch unbedingt kennen. Krass. Ja, ähm, auf jeden Fall, Kiki. Er wird sich freuen bestimmt, ja. Ja, und da warst du ja gestern da, da wurde mir ja zugetragen, dass sie versucht hat, dich natürlich auch mal hinter das Licht zu führen, ne? Hat mir jemand erzählt. Oh, ihr habt das direkt. Oh, krass. Oh, krass. Und, äh, das ist ganz krass, dass es High School Musical 4 gar nicht gibt. Nein. Das stimmt nicht. Ey, warte, eventuell gibt es High School Musical 4, gibt es? 2016 wollten die Dreharbeiten beginnen, aber sie wurden, sie wurden verschobt. Ey, aber ich bin der Frage gut. Oh, ihr seid richtige Missgeburten, alle hier. Also, Kiki, ich hab's geschafft, dich reinzulegen. Kiki ist die Tochter von Darkwing Duck übrigens. Das war seine Idee. Das war, du bist so böse, du bist, ich hätte dich nicht alleine, Kiki hat mich angerufen. Kiki, do you love me? Boah, mein Dreck-D. Nein. Achso. Frag sie mal, ob sie in der Küche steht. Ist sie mit involviert? Nein. Wird sie wirklich nicht involviert? Nein. Das ist nämlich ein Zufall, dass sie gerade jetzt angerufen hat. Sag ihr liebe Grüße und ich will da kochen. Ich zeige ihr mal, wie es richtig geht. Was willst du? Ja, es ist gut. Kannst du kochen? Ja. Nisa, kannst du kochen? Ich ja. Ja. Glaube ich dir nicht. Doch, wirklich. Du gehst mal nach Hause und deine Mutter kocht dir. Ja, das auch. Ja. Aber ich koche auch ab und zu selber. Was zum Beispiel? Was kannst du? Einige tunesische Gerichte. Echt, ja? Ja. Crass. Ja. Wasser mit Schaf, Brot mit Schaf. Genau, alles einfach so scharf. Alle Schaf sind einfach so scharf. Okay, lecker. Aber es ist halt schwierig für mich zu kochen, weil ich muss immer umdisponieren in der Wohnung. Wieso? Weil... Der muss so ein Herd aufbauen. Nein, nein. Der muss seine Couch zur Seite machen. Nein, nein, nein. Und so herftig. Nein, nein, nein. Ernsthaft. Warum? Guck mal, ich will noch ein bisschen leben. Und es ist ja nun mal so, das ist ja wissenschaftlich bewiesen. Du benutzt deine Küche als Kleiderschrank. Nein, dass ein Mann... Ja. Kann ja nicht in die Küche gehen. Ich habe ja nie meine Küche betreten. Weil wir können in der Küche nicht atmen. Das ist so eine andere Atmosphäre. Nur Frauen können in der Küche... Okay, die gehören da rein und die können dort überleben und auch, ja. Ich hab meine Küche nie... Der will, dass ich dich nochmal reinlege, aber ich hab sie schon reingelegt. Ja, weil sie nie weiß, was sie macht. Wir hätten sagen können, ey, du warst ja der weiße I6. Warst du involviert aber in der Geschichte? Nein, nein. Ich würde dich doch niemals reinlegen. Ja, das glaube ich dir sogar. Aber guck mal, ich hab's sogar vergessen. Ja. Der hat mir das per Airdrop geschickt. Ich sehe das irgendwann. Ey, mach das jetzt, mach das jetzt. Dann bin ich unter Druck gesetzt. Was ist Airdrop? Ich weiß nicht, ob du mein bester Freund oder mein Feind bist. Ich nehme dich nicht mit. Schäm dich. Du bist so ein Typ Kurde halt. Das sind alle gleich, kennst du einen, kennst du alle. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Synchronisation. Synchronisation, okay. Muss man sprechen lernen? Ja, man sollte schon sprechen können. Muss man Deutsch kennen? Ja, mehr von Vorteil. Das heißt, ein Deutschrapper kann niemals irgendwas synchronisieren, weil die ja kein Deutsch können. Ey, darf ich euch mal fragen, habt ihr die Texte mal gehört? Das ist komplett verkehrt, das ist falsches Deutsch. Nee! Aber wie geht das? Ja, weil die dumm sind. Aber ist da nicht jemand, der sagt so, naja, guck mal, mach das mal ein bisschen. Die Produzenten sind doch auch dumm. Du kannst ja ich mich sagen, aber mach's gar nicht. Die Produzenten sind dumm. Hier in diesem Podcast sag ich's. Alle sind, erstmal sind alle. Ja, aber vielleicht werden die Fehler mit Absicht eingebaut oder so. Na, was für Absicht, die reden doch so. Doch, um einen krassen Reim zu machen, werden auch Artikel weggelassen, dass das einfach reinpasst. Ja, das macht so'n Curse, so'n Savasch. Aber noch nicht diese Kaputten, die können doch kein Deutsch. Die können kein Deutsch. Und die können auch nicht rappen. Aber nicht alle, oder? Die können. Nicht alle. Ja. Ja, klar. Es gibt gute Rapper. Ja. Es gibt Rapper, die Deutsch können. Ja, es gibt es tatsächlich. Es gibt deutsche Rapper, die Deutsch können. Das ist sehr toll. Die gibt es. Gut, dass du das Thema Rap angesprochen hast. Da passiert jetzt sehr, sehr viel Beef. Ja. Jetzt bei eurer Szene würde mich das auch gerne mal interessieren. Gibt es Vergewaltiger? Was? Warum? Ja, okay, sorry. So, gibt es. Ey. Ja. Ich bin der Rapist, Sykro. Ich bin der ARS. Ja, bitte, man ist auf die Vergewaltiger. Kann man so Sykro, ich möchte sein, der nur Vergewaltiger spricht. Das wäre krass. Guck mal. Weißt du, wer in der Saal ist? Kennst du diesen einen Film, wo die asiatischstämmige Schauspielerin ... Ich habe mich immer gefragt, wessen ... Ich wusste, das bist du, aber ich habe mich gefragt, wer dieses Asthmatische ist. Und ich habe gedacht, ob das jetzt so ein Dings ... Nee, nee. Das bin ich auch manchmal, aber teste. Also, die Schauspielerin, die hat einen Autounfall ... Und dann kommt, das ist eine Schauspielerin ... Die Darstellerin hat einen Autounfall ... Und dann kommt der Mann ins Krankenhaus und sagt ... Schatz, du hast ein Autounfall gehabt, du hast alles vergessen. Ja. Kennst du den Film? Ja, dieses 40 ... Erste Male oder irgendwie sowas? Nein, 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 nicht mit Adam Sandler. Ja. Das ist so ein Psycho. Wie hieß der denn nochmal? Ich weiß nicht. Ja, okay, nee, kann ich nicht. Auf jeden Fall, ich kann dir jetzt nichts erzählen, sonst würde ich hier ... Spoilern. Spoilern. Ja, ja. Das ist Nisa. Eins zu eins. Gut, dass ihr bei Haus des Geldes nicht gespoilert habt gerade alles. Die eine ist geschieden, die andere hat Fuß verloren, die eine ... Hast du Haus des Geldes gesehen? Warum? Ganz Deutschland hat das gesehen, außer du. Ja, du, ich bin doch immer so ein Gegend ... Aber auf so einen Comic-Contest, da verpasst du nichts. Ja, klar. Da verpasse ich gar nichts. Aber jetzt, da ich weiß, dass Ezra Tokio gesprochen hat, das war mir nicht so bewusst. Ja, das wusstest du fast nicht, ja. Aber jetzt ... Auf jeden Fall, ohne jetzt Cops zu molesten, nochmal zurück zur Frage, bist du so ... Gibt's da Neid viel in der Szene? Ist das so ... Ist das Family? Ist das eigentlich voll gechillt? Wie ist das so? Was für einen Eindruck hast du? Ja, also man arbeitet meistens mit den gleichen Leuten, also oft, und es ist eher so ein familiäres Verhältnis. Ja? Ja, ja. Würde ich schon sagen. Konkurrenzverhalten ist vielleicht mal, wenn du ein Casting hast, dass du dir die Rolle sehr wünschst, aber du gönnst es auch der anderen. Geil. Sowas gibt's nicht, dass ich wüsste. Nichts erwähnenswertes. Ich hab jetzt eine Frage, die ist mir damals bei Charles Rettinghaus, der bei uns zu Gast war. Ja. Die geile Sau. Die geile Sau. Ich wollte ja Van Damme in den Podcast bringen. Ja. Dann hab ich wenigstens geschafft, die Stimme von Van Damme herzubringen. Ja. Hatte mir zwar nie gedankt, aber ... Doch, er hat vorhin noch erzählt, dass er dir dankbar ist dafür. Weil ... Weil ... Erzählst du Frauen? Kein Problem. So. Aber ich hab eine Frage, die ist mir erst zwei Tage später nach der Podcast-Folge eingefallen. Ja. Und ich hoffe, du kannst mir die beantworten. Okay. Okay. Warum sprechen Synchronsprecher ... Ich kann das ... Synchronsprecher. Synchronsprecher. Ja. Warum sprechen immer Synchronsprecher? Mehrere Rollen. Liegt es daran, weil es zu wenige Synchronsprecher auf dem Markt gibt? Oder ... Ist es einfach, weil man sagt, das ist so ein internes Inzestverhalten. Komm, wenn die schon da ist, soll die den sprechen, den, den, den. Oder ist es wirklich, weil sie einfach zu weniger im Portfolio sind bei euch? Ja, also bestimmt eine Kombination dessen. Aber weil wir ja auch so viele Charaktere herstellen können. Ah, okay. Verstehst du was ich meine? Also wenn ich halt eine kleine Prinzessin sprechen kann, aber eben auch so eine gebrochene 40-jährige Psychopathin. Ja, aber was er meint, glaube ich, ist, warum gibt es einen Sprecher, der mehrere so Superstars spricht? Weil dann kannst du ... Zum Beispiel der Sprecher von Johnny Depp ist der gleiche von Christian Bale. Ja, weil die eine Stimmfarbe abdecken. Das will ich sagen. Also wir haben natürlich einen bestimmten Synchronpool. Der ist bestimmt nicht ganz so groß, wie man sich andere Berufsfelder vorstellt. Aber es ist natürlich eine Stimmfarbe. Jede Stimme hat einen Charakter. Also deine Stimme ist, weiß ich nicht, crazy oder ... Beharrt? Ah. Beharrt ist deine Stimme. Und deswegen kannst du auch mehrere Charaktere sprechen halt. Was für eine Rolle würdest du uns zuteilen, wenn du Regie führen würdest? So vom ersten Eindruck her, ihm und mir. Also ihn auf jeden Fall Psychopathen, irgendwas crazy mäßiges? Ich finde deine Stimme passt auch auf sowas. Danke. Erzähl mal was. Ich oder er? Sag mal, was du heute gegessen hast. Schubsi hab sie. Ich heute wirklich Schubsi hab sie gegessen. Ich heute Schubsi hab sie gegessen. Das ist iranisches Essen. Ja. Ich weiß. Deine Stimme ist sexy, glaube ich. Ja klar ist sie sexy. Natürlich. Okay. Bin kein Spiel. Sag nochmal. Du? Ich find Scheins Stimme sehr sexy. Ja, du kannst auch. Ich würd seine Stimme gerne nehmen. Ja. Und an meinen Unterarm tackern. Also doch, du bleibst beim Psycho. Dass so das Blut rausfließt, aber mit seiner Stimme sich fusioniert. Psycho. Psycho. Wer würdest du dann? So ein Ocean Eleven? So ein George Clooney. Oh, der ist sexy. Ja, Schein muss so George Clooney sprechen. Und ich so Freddy Krueger. Und noch Henry. Ja, Michael Myers, aber der redet ja nicht. Du redest ja gar nicht. Du atmest so ab und zu. So. Ja. Wenn man, wenn man. Also ich würde verlangen, wenn ich jetzt so einen Mörder spiele. Dass während ich den spreche in dieser Kabine. Ja. Dass ich auch wirklich einen Typ dabei absteche. damit das Feeling mehr rüberkommt. Ne? Findest du nicht? Würdest du dir das wünschen in dem Moment sagst du? Ja, genau. Damit das passt. Es gibt kein Wasser mehr. Du kannst dich nicht ablenken. Könntest du bitte Wasser holen? Also der ist ja unsere Bedienung. Das wäre sehr nett. Ne, unten gibt's die Glasflaschen. Dankeschön. Habt ihr wieder was geplant oder so? Nein. Warum so geplant? Warum denkst du sowas von uns? Ja, weil du mich gerade verarscht hast. Nein, aber guck mal. Ich schwöre, ich wollte es nicht machen. Der hat mich wirklich penetriert. Der hat mir das zweimal unten gesagt. Dann hat er mir das zweimal geschrieben. Gerade eben, deswegen hab ich gelesen. Gerade. Bitte mach, mach, mach. Ich würd mal gucken, welche Freunde du hast. Ja, ne? In dieser Synchron-Szene. Da geht's ja gar nicht richtig koscher zu anscheinend. So. Ja. Ich hab da noch ne krasse Frage. Ja. Ne krasse. Von eins bis zehn. Ja. Vom. Man muss ja so. Boah, du bist der beste. Boah. Dankeschön. Danke, Mason. So. Wie würdest du Nizar einschätzen in einer Psycho-Liste? Eins bis zehn. Zehn ist der absolute Psychopath. Und eins ist so, ja so, der will einer sein, aber er kriegt's nicht hin. Wahrscheinlich bedienen dich doch mit Herz, Bruder. Ja, weil, also, zehn ist richtig, richtig Psycho. Ja, ja, so richtig. Ist so Psycho-Baba, richtig. So Jeffrey Dahmer-Szene. Ja, keine Ahnung, wer das ist, aber... Solange, dass man das nicht weiß, ey. Ja, klar. Boah. Sorry, ich war noch nicht in der... Ich war in der krassen Kannibalen der US-Geschichte. Weil, mir macht es Angst, dass er halt so wirklich im Detail immer so Mordszenen, die es wahrscheinlich nie gegeben hat, so im Detail... Er meinte irgendwas von Gehirnflüssigkeit vorhin, und dann will ich die Gehirnflüssigkeit rausfließen, sehen, spüren, ablecken. Und dann, keine Ahnung, die Seele rausflattern. Also, das ist schon so eine gute sieben bis acht. Echt? Eine gute sieben bis acht? Ja. Das andere ist ja so, er ist ja auch trotzdem empathiefähig und nett. Da hat er so die zwei... Ja, so fängt es auch an. Ja, stimmt. So sind sie immer nett. So holt er so die Leute ran, und dann... Du bist bei neun, zehn, ne? Er ist so... Ich bin bei neun. Du bist direkt neun, ne? Ach. Ah, du kennst ihn auch besser. Bei mir bemüht er sich, glaube ich, auch so ein bisschen. Kennst du dieses... Kennst du diese Interviews von den... Von diesen Nachtjournals, die dann so kommen? Ja, wie... Also, der war immer nett. Zehn Jahre lang Hallo sagt und so. Ja, genau, genau, genau. Der war immer freundlich dazu. Ja, und ist immer pünktlich aus dem Haus morgens um acht und so. Immer zur Arbeit gegangen. Ja, das ist die Kategorie dann. Ja, okay, das traue ich dem zu. Was würdest du so von dir halten? Ich bin eigentlich ein netter Kerl. Ne? Ja, klar. Wenn du das so willst, dann bist du nett. Was soll man sagen? Nein, also eigentlich bin ich nett. Ne, also ich versuche nett zu sein. Du bist nett, ja. Ob ich nett bin, muss man gegenüber entscheiden. Ich versuche nett zu sein. Der hat immer so ein krasses Hobby. Krass. Menschen sezieren. Ne, ich meine, der sucht wirklich solche Dokus und Filme. Der liebt sowas. Ich gucke mir das ja gar nicht an. Ja, ich auch nicht. Der mag das zu gucken. Aber der mag das ja auch. Aber der ist auch ein Kurde. Es gibt auch... Ey, wie oft habe ich auf deine Storys reagiert und meinte, ich will die schlafen. Ja, das war so geil. Ich feiere das immer. Aber es gibt Leute, die schlafen mit so Serienkiller-Dingern ein. Wie kann man damit... Verarbeitet man das nicht irgendwie im Traum oder so? Also ich lese sehr viel darüber. Ich kaufe mir so Bücher und Statistiken und so. Ich lese sehr viel darüber, über die Psyche und diese dunklen, versteckten, ja, Abgründe des Menschen. Und so. Ich kann auch von vielen Serienkillern so die Opfer nennen, was die alles gemacht haben, wie lange es gestunken hat bei denen, was man bei denen gefunden hat. Oh, voll schlimm. Ja, es gibt Leute, die haben... Das ist dein Hobby auf jeden Fall. Ja, du, Cheyenne spielt Fifa. Auch nicht besser. Jeden Tag zwei Stunden Fifa spielen. Das stimmt doch nicht jeden Tag. In der Woche spiele ich mal ein, zwei Stunden. Das sind völlig unterschiedliche Aussagen jetzt. Ja, den kannst du doch nicht trauen, der ist doch bisher Psycho. Ja, genau. So, das benutzt du jetzt für alles. So, wir werden ja noch sagen, ich bin ein Lügner. Nee. Also Psycho ist okay, aber Lügner... Nee. Nee, das geht nicht. Psycho. Nein. Nee, ich... Warten wir ab, was die Zukunft mit sich bringt. Ihr werdet in zehn Jahren sehen. Was gefunden wird, was nicht. Polizei klingt bei mir jetzt. Wegen so Aussagen, ja, hier sind die Leute verschwunden. Ich sag doch, wir landen irgendwie alle im Gefängnis heute. Nein, das stimmt nicht. Ich entführe mal Leute von weit her. Okay, nein, aber jetzt mal unter uns. Ja. So ein stylisch ausgeführter Mord ist doch faszinierend, oder nicht? Nein. Da findest du... Faszinierend, nicht jetzt ohne Bewertung. Ja. Faszinierend. Faszinierend sein ist doch schon eine Bewertung. Ist das bewertend? Ja, natürlich. Ja? Hä? Ja, klar. Der ist faszinierend, fasziniert dich ja. Aber ist das so... Ja, es ist so... Nee, warte, dann benutze ich ein anderes Wort. Ein gut gemachter oder ein gut durchgeführter. Oder wenn du jetzt so sagen wir mal... Guck mal, es gibt ja einen Fall. Ja. Der ist jemand, der hatte einen Autounfall. Und das Dach ist an seinen Hals. Und er war schon geköpft. Und er stirbt jetzt, sobald man das Dach entfernt. Man kann nichts machen. Wäre das nicht was Faszinierendes, wo du so hingucken würdest und sagen, boah, das ist irgendwie krass. Gibt's die Geschichte wirklich? Ja. Erzähl mal weiter. Ja, dann nicht. Dann musst du das irgendwann trennen und dann ist so sein Kopf abgefallen. Oh nein. Aber er hat noch gelebt. Naja, das war noch dieser Aftershark. So, der... Boah, mir hat man eine Freundin erzählt. Ja, aber okay. Es ist vielleicht nicht ganz... Aber es ist schon eklig, ne? Also man guckt sich das nicht bewusst an. Ich finde das gar nicht eklig. Mir hat eine Freundin erzählt, die wurde gerufen. Die hat etwas Medizinisches halt als Rettungssanitäterin oder so gearbeitet. Und da war eine, die hat sich für den Zug geworfen. Und die waren zwei Teile geteilt. Und man hat sie dann dahin gerufen. Dann ist sie gegangen und dann... Ich weiß nicht, ob das ein Fake... Aber sie hat mir das wirklich eins zu eins erzählt. So, sie hat das wohl erlebt. Dann hat... Dann lag da die Frau und sie wurde zu ihr runtergebracht. Und dann ist dieser Oberkörper, hat sich aufgerichtet. Wow. Aber ihr müsst euch vorstellen, der Unterkörper... Von alleine? Ja, warte. Der Unterkörper ist so 30 Meter von ihr, so übertrieben, von ihr entfernt. Und dann da liegt der Oberkörper und die gehen hin. Sie richtet sich auf, guckt sie an und sagt, was ist hier los? Und fällt wieder um. Und ist dann tot. Das ist wohl so eine Spätreaktion noch. Krass, siehst du? Das ist schon ein bisschen... Wenn du so einem Huhn den Kopf abreißt, dann redet die auch noch mal ein bisschen. Ja, ja, genau. Darum muss ich auch denken. Können wir ein anderes Thema haben? Guck... Krise. Ekelhaft. Die Kalterquise. Ich bin sowas... Ich gucke sowas so ungerne. So, was steht denn demnächst an? Ja, genau. Darfst du darüber reden? Ja, also ich dürfte jetzt die Titel und so gar nicht nennen. Aber im Moment bin ich an alten Projekten dran. Aber ich weiß, dass nach dem Sommer meistens immer noch mal richtig aufgezogen wird. Fortsetzungen? Fortsetzungen, neue Staffeln, komplett neue Serienfilme. Ja? Ja. Wenn jetzt jemand kommen würde und sagt, ey Esra, du hast nicht nur eine wunderbare Stimme. Ja. Sondern... Du hast auch AIDS. Wir wollen dich gerne auch vor der Kamera haben. Würdest du das annehmen? Äh... Ja, aber du sagst so Dinge. Ich hab ein bisschen Angst jetzt. Ähm... Ja, also wenn's was Interessantes wäre vielleicht schon, aber ich mag die Kamerasituation nicht so sehr. Okay. Du würdest direkt einen Film mitspielen, ne? Ja. Ich hab sogar eine Idee. Ich möchte aber noch nicht preisgeben. Oh ja, das kannst du jetzt nicht bringen. Doch, das ist doch mein Style. Es geht in die... Ja? Psycho-Richtung. Nee. John-Gacy-Richtung. Ja, ey, ich kann mit deinen ganzen Namen und so gar nichts anfangen, weißt du, ne? Ja. Ja, du kannst ja nicht mehr mit deinen eigenen Sachen anfangen. Ja, das stimmt. Ich sag so zu ihr, ich sag so zu ihr, weil ich ja so ein Superhelden-Fan bin, sag ich, ey, du warst auch bei Shazen, ne? Achso. Und dann sagt die, weiß ich nicht. Kann sein. Dass man das nicht mal mehr weiß, das ist krass. Ich würd's jedem auf die Nase binden. Ich helfe euch, ich bin Wolverine. Ja, aber... Bro. Wer weiß, wie viele Sachen dich schon gesprochen hat in den letzten 20 Jahren? Ja, schon gut viel. Ich hab ja eine Liste gefunden, was du alles gesprochen hast. Deutsche Synchron-Kartei bestimmt, ne? Nö. Wikipedia. Du hast ja einen Wikipedia-Eintrag. Ja, besser, geh mal ein Deutsche Synchron-Kartei lassen. Deutsche Synchron-Kartei. Okay. Deutsche Synchron... Kartei. Kartei. Kartei, da ist es doch so. Da würd ich gern mal durchgehen. Kartei, ich leg ein Ei. So. Da können wir dich jetzt eingeben. Esra. Da kommst du doch direkt. Es gibt vier Esras. Was? Esra Vural. Esra Aicik. Esra... Vural mit V. Ich weiß. Ich wollt nur sagen, es gibt vier. Sorry. Esra Nur, Kula, Esra Vural und Shannon Esra. Kennst du die? Mhm. So, Sprechrollen. Okay, das geht ja nach... Gehen wir mal ganz zurück. So fangen wir an. Ach du Scheiße. Scheiße. Du hast hier echt krass viel gemacht. Bro. Das hört nicht mehr auf. Die macht es hier seit fast 30 Jahren. So. Ein Colt für alle Fälle. Na? Na, das kann nicht sein. Doch. Das ist eine Serie aus den 80ern. Ja. Als Paige Corneli. Bestimmt so eine kleinere Rolle dann, oder? Ja. Wie soll das sein? Ein Colt für alle Fälle ist von 84 oder so. 84? Guck mal, da steht doch das Jahr mit... 81 bis 86. Ja. Ja, dann wahrscheinlich irgendwann... Ja, das kommt wirklich nicht hin. Ja klar. Ach so, zweite Synchro 2007. Ah, wo das digitalisiert wurde, wurde neu synchronisiert. Dann... Ich kenn doch Stuntman Colt. Der Chaos-Clan. Kennt man das? Ich kenn das nicht. Okay. 1991? Ich muss die Leute korrigieren. Okay. Dann haben wir... Was? Krass. Was? Was? Emergency Room. Emergency Room. Pety James, Notaufnahme. Genau die. Du hast 15 Jahre diese Rolle gesprochen. Was? Und das weißt du nicht? Echt? Ey, du bist ja echt durch. 15 von 94... Und sie weiß es nicht mehr. Guck! Als Lean oder Lane. Die Notaufnahme. Ey, bist du... Wie kannst du das nicht wissen? Alzheimer war dir ja. Hä? Alzheimer war... Ey, 15 Jahre... Wie ist das denn? Das ist so, als ob ich irgendwo nach Hause gehe und wo jemand zu mir sagt... Ey, bist du nicht der eine von den Podcasts? Welchen Podcast? Ich weiß einfach nicht... Das ist noch krasser. Schau mal vor, so nach 15 Jahren... Ey, das ist dein Sohn. Was? Hä? Die 15... Die weiß es nicht mehr. Die weiß nicht mehr, wovon du sprichst. Dann hast du... Du hast nicht nur eine in dieser Serie gesprochen, sondern drei. Ja. Und du weißt es nicht mehr. Ja, okay, guck mal. Das erklärt jetzt einiges. Ähm, die Serie lief wahrscheinlich 15 Jahre und innerhalb dieser 15 Jahre habe ich immer mal irgendeine Episodenrolle gesprochen. Irgendeine 94 bis 2009? Wo sind da irgendeine alle? Das sind aber drei Rollen. Das heißt, dazwischen müssen ganz, ganz viele... Dann, äh, die Stunde der Geister. Kennst du das? Wie tut man... Ne, ich glaub, das kennt man noch nicht, ne? Okay. Das hast du auch ein paar Jahre gesprochen. Dann... Okay, jetzt wirst du abkacken. Ja. Du wirst abkacken. Jetzt kommt's. Erstmal vorab. Im Auftrag der Ehre. Jack. Ryan. Weiß ich... Ne, warte. Okay, jetzt wirst du abkacken. Star Trek. Welcher? 2000? Äh, 95 bis 2001. Das hab ich nicht gesehen. Hat sie mit Zodi gesprochen? Das weißt du auch nicht, das weißt du nicht. Star Trek? Du weißt nicht, dass du bei Star Trek gesprochen hast? Was? Wer ist ein Trek? Conan hast du gesprochen? Ja, das weiß ich tatsächlich. Aber wen hat sie denn gesprochen? Äh... K... Kiko. Hat die auch kein Land? Dann hast du... Nein! Du hast eine himmlische Familie gesprochen? Ja! Krass! Hast du auch geguckt? Ja! Mit Happy, den Hund. Ja! Ja und Jessica Biel. Sowas guckt er da nicht. Das war eine ganz andere Richtung. So, dann haben wir... Du hast Buffy gesprochen. Buffy im Bann der Dämonen. Hast du Buffy Buffy gesprochen? Nein! Cheryl. Okay. Ich hab Cheryl gesprochen da. Ja, jetzt weißt du es auf einmal, wie die so tut. Die weißt du doch gar nicht. Disney ist große Pause. Ja. Gretchen Grund... Grundler. Grundler. Achso, stimmt. Die hieß... Inspector Barnaby. Dann warst du bei Stargate. Kommando. Law & Order. Boah, da hast du auch 15 Folgen gesprochen. Dass du das nicht mehr weißt. Dann Law & Order. Nochmal mit Gefühl. Kennst du den? Oh, das war eine Serie. An die kann ich mich erinnern. Krass. Oh krass. An das kannst du dich erinnern. Ja. Aber an Star Trek? So ein Milliarden-Legenden-Franchise der Pumpkultur. Das war bestimmt so ein kleines Ding. Hast du das bestimmt nicht so gesehen. 100 Prozent. Ja. Nach dem Titel zu beurteilen. Unten am Fluss. Da hast du, Frost, das Lämpchen gesprochen. Ich war ein Lämpchen. Du warst ein Lämpchen. CSI, den Täter auf der Spur. Ja. Krass. Dann hast du, ähm... Was ist das denn? CSI, CSI, alles CSI. Kimmergirls hast du auch gemacht. Ja, ja. Boah, fünf Jahre lang. Ja, das stimmt. Penelope oder so, ne? Nee. Du hast doch sagen können, zwölf Jahre. Daphne Cenders. Nee. Ja, das ist bestimmt die Schauspielerin. Wie heißt die Rolle? Michelle? Ja, okay. Nein. Mykla Smith als Daphne Cenders. Ja, okay. Scheiße, weiter. Olivia. Ich habe mein Leben lang, wenn ich hier in Gamer... Ach, Gamer Girls. Ja, okay, gut. Das ist nochmal was anderes. Okay. Sieben Jahre. Ja. Dann hast du Degrassi. Degrassi, Degrassi, sag mir was. Ja, ja. Degrassi aus Kanada, wo Drake mitgespielt hat. Wo er im Rollstuhl ist. Krass. Kennst du, okay. Ja klar. Ich kenne Drake. Ja. Ich kenne Drake nicht erst seit, äh, I better find your love it. Sondern ich kenne Drake noch aus der Serie. Ach, krass, okay. Bevor der überhaupt einen Song hatte. War ich schon Fan. Okay, krass, okay. Ja, Degrassi, der hatte damals diesen Rollstuhltyp gespielt. So, dann haben wir hier C.S.I. Miami, C.S.I. Miami, dann, okay, C.S.I. Navy CIS. Toon the Halfman? Ja. Jill? Jill, Jill. War Jill nicht die Tochter von Berta? Nein, nein. Doch. Krass, ich glaube ja. War ich die? Oh, ich weiß es nicht. Dann Toon the Halfman. Ja. Dann Toon the Halfman, dann Entourage, Laguna Beach. Du sprichst sehr viele Serien, ne? Du bist aber nur in, also du bist jetzt im Bereich Serien. Ach so. Filme sind oben aufgelistet. Ah, okay. Zack und Cody, Grey's Anatomy. Hast du Zack und Cody? Kennst du auch? Das haben meine Geschwister aufgeguckt. Echt, ja? Power Rangers. Ja, okay. Welche Staffel? Aber nicht die erste. 2005. Ja, da war ich doch schon 100. Da warst du schon alt. Hast du nicht mehr geguckt? Ne. Oh, ich war ein cooler Power Ranger. Gelb, glaube ich. War die gelbe. Das ist doch die, äh, weiß ich nicht. So, okay, ich geh jetzt mal hier von Serien weg, weil das ist echt übertrieben. Also ohne Scheiß. Du hast, Bruder, guck mal, ich verteidige jetzt, egal wer was zu Esra sagt, sie weiß nicht, um welche Serie sie war. Aber ich stehe 100% hinter ihr. Ich stehe 100% hinter ihr. Dankeschön. 100% hinter ihr. Das sind nur ihre Serien. Guck mal. Yo. Guck mal. Guck mal Filme, bitte. Warte. Ja, ist doch gut. Bruder, das sind nur Serien. Jetzt fangen Filme an. Naja, ich bin ja der Schnellleser. Komm, ich sag dir. Mein Vaters Haus. Ne. Jack. Ne. Die Jury. Super Film. Da hast du gesprochen? Ja, da war sie Hannah. Weißt du, welcher Film die Jury ist? Ja. Mit Samuel Jackson, wo die seine Tochter vergewaltigen und er die dann abknallt. Hannah Briggens. Krass. Dann hab ich die gesprochen, die vergewaltigt wurde. Das kleine Mädchen, die Tochter? Ich glaube. Die ist doch 10 in dem Film oder so. Okay, aber der Film ist von 97 oder so. Nein, doch nicht. Das wird Nisa wahrscheinlich kennen. Kindsraub, die Entführer wohnen nebenan. Nein. Im Spiegelbild der Gewalt. Nein. In Lieblingen. Jetzt haben wir uns geschrumpft. Ja, boah. Der hat eine schlechte Fortsetzung von Lieblingen. Ich habe die Kinder geschrumpft. Little Bigfoot. Zauber der Elfen. Starship. Osiris. Ein Zwilling kommt selten allein. Der Liebesbrief. Das sind alles Nisas Filme. Ja, voll. Der Liebesbrief. Total. Alvin und die Chipmunks. Ja, geil. Nur noch 60 Sekunden. Da bist du doch nicht dabei. Das Poolmädchen. Nur 60 Sekunden mit Nicolas Cage. Ja. Mit Angelina Jolie. Ja. Jawoll, Esra. Du bist ja ein Superstar. Wir dürfen gar nicht mit ihr an einem Tisch sitzen. Ja. Ohne Witz. Was haben wir denn gesprochen? Mann, das sind bestimmt Nebenrollen oder so. Ist doch egal. Egal. Wenn ich in einem Film wäre, wo Van Damme mir so einen Kick ins Gesicht gibt, ich würde damit zehn Jahre hausieren gehen. Okay. Die Eishockey-Prinzessin. Ja. Das hast du gesehen. Den. Aber ja, ganz ernst. Nee. Den nicht. Okay. Diesen Film werde ich nicht erwähnen. Weil Van Damme Nisa ein Leben lang dich nicht in Ruhe lassen. Okay. Sag doch bitte. Ey, das interessiert mich jetzt nicht. Ey, bitte. Nein, du musst sagen. Weil du wirst ihre Zukunft ändern. Echt? Ich kenn dich. Du wirst so lange drauf rumreiten, bis du sagst, ist gut Nisa. Okay, sag bitte. Ey, jetzt interessiert es mich immer auch. Du hast in dem Film mitgespielt, den Preisträger filmten, der 37 Oscars abgeräumt hat. Ich weiß es. Saka. Der indische Pater. Ey, ich auch jetzt. Okay. Der indische Pater. Was soll das sein, Alter? Der Fluch. Den hast du gesehen. The Grudge. Ja. Und ich bin stolz. Sally. Was noch? Dann haben wir High School Musical. Dann haben wir Über Nacht. Wendy Wu. Asylum. Was? Asylum. Türkisch? Hast du auch was gespielt? Nein. Okay. Das haben wir. Halloween. Welches Jahr? 2007. 2007. Oh, das Remake. Der ist geil. Echt? Annie Brackett. Ich glaube, das ist die, die abgestochen wird im Haus. Boah, geil. Ja, das kann sein. Ja, wo die noch so aus dem Haus rennen. Michael schnappt die so einen Namen. Wie krass. Ja, klar. Schon mal gemacht? Extreme Movie. War das diese Verarschung? Ja, 100 Prozent. Dieser Spoof. Dann haben wir Party Date, Puls 2, Puls 3, Shark Swarm, Wild Child. Dann haben wir Barbie präsentiert. Elfchen. Wie süß. Dann haben wir gestern, heute und für immer. Halloween 2. Ja. Da spielt sie die gleiche. Annie Brackett. Wie kann das sein, wenn die abgestochen wird? Warte, wollte ich gerade sagen. Also, da ist ein bisschen deine Filmkenner-Dinger eingerostet, hä? Fake News. Oh Gott. Scheiße, bin ich doch nicht mehr so krass. Das war genau das, wo er meint. Ich bin gerade scheiße. Annie Brackett, warte. Hey, Scary Movie. Habe ich auch gesprochen. Das ist die. Die wird abgestochen. Ich glaube, in Rückblenden. Ja, doch. Die wird in Halloween 1 abgestochen und in Rückblenden ist sie dann in Halloween 2 dabei. Ich wusste es, Junge. Die sah ... Also, auf jeden Fall. Ich glaube, nach dem indischen Party kamen drei, vier absolut Parkgeräume. So, was haben wir denn hier? Cherry Bomb. Jack and Jill. Boah, Adam Sandler, der schlechteste. Ich finde den cool. Ich finde den auch cool. Ich, Adam Sandler. Den findest du nicht cool? Ich finde den cool. Adam Sandler ist der schlimmste Schauspieler. Sie spielt in Tekken mit. Tekken war richtig schlecht. Nur jetzt machst du alles schlecht. Blue Lagoon, rettungslos, verliebt. Alles in Jesus Filme. Mhm. Pitch Perfect. Krass. Ja, ja. Musstest du auch singen? Einfach, nein. Einfach immer die Rolle, die nichts zu sagen hatte. Das war charakteristisch an meiner Rolle. Also, ich hab da quasi gar nicht gesprochen. So, wir sind jetzt auch gleich fertig. Weil ich geh einfach durch, weil es ist zu viel einfach. Viel zu viel. Das Tor zur Hölle. Essen. Dann haben wir hier Monster High. Was haben wir hier noch? Pitch Perfect 2. Die unglaubliche Geschichte. Ariane Berlin. Was ist denn das für ein Film? Sehr interessante auf jeden Fall. Bad Center 2. Ja. Die weißt du auch gar nicht. Du kannst alles sagen. Du kannst jetzt sagen, Rendezvous mit Joe Black. Die würde sagen ja. Absolut. Eine meiner Lieblingsvollen. Detektiv Conan. Das hast du noch dieses Jahr gesprochen. Ja. Brave Mädchen tun das nicht. Und Megan Good als Dala Shesem in Shesem 2019. Ja. So. 200.000 Sachen hab ich. Ah, Kim Possible hast du auch noch gemacht. Kim Possible. Können wir uns auch einigen, dass du ein Star bist. Du bist ein Star. Ihr seid Stars. Du hast alle. Ihr seid Stars. Du hast fast in jeder Serie die von Kindheit bis heute die Leute fasziniert. Hast du mitgespielt? Ja. Außer Surviving or Kelly. So, Esra. Ja. Erzähl mal's. Was hast du noch vor? Außer Synchronisation. Es nimmt schon gut viel Zeit in Anspruch, aber ich würde mich gern selbstständig machen. Als was? Als was? Wenn's dann soweit ist, sag ich. Okay. Sagst du uns gleich nachdem wir aufgenommen werden. Ja, genau so, wenn wir nicht mehr aufgenommen werden. Hast du Hobbys? Ähm. Ja, ich treff mich gern mit Freunden. Ich esse sehr gern. Das würde Nisa jetzt nicht bestätigen, aber das ist nichts Interessantes. Habt ihr Hobbys? Sag mal. Ja, du guckst Filme. Was machst du denn? Du hältst so dein Privatleben voll geheim. Ja, ja. Emma. Also, ich hab ein Hobby. Ja, sag mal. Das ist mein Podcast. Boah, ist der nicht süß. Aber das ist auch sehr diplomatisch. Nein, der ist nicht diplomatisch. Der sagt die Wahrheit. Weil ich kenn ihn. Guck mal, was meine Leidenschaft ist, ist Podcasten. Ja. Meine zweite Leidenschaft ist, äh, Shisha-Rauch. So einfach, das blenden wir runter. 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 Korps und Modesten. Korps und Modesten. Aber ich hab so, so direkt hab ich keine Hobbys. Also, ich guck gerne Filme, aber ich sag jetzt nicht so wie er, der hat ja so Filmgruppen, wo es dann so fünf... Echt, ja. Wenn so fünf Fünfzig-Jährige da sitzen in dieser... Richtig nerd. Englische 47, 50-Jährige, die alle eigentlich schon längst Familie hätten haben und sollen. Aber nicht haben? Nein. Dann dann so sagen, ja, hast du gesehen, der neue Spider-Man, da ist irgendwie die Naht auf in seinem Anzug. Und dann... Und da war ein Schnittfehler. Ja, ein Schnittfehler. Den hab ich gesehen. Den hab ich gesehen. Ihr seid die, wo wir richtig bangen dann. Genau, und dann so, ja, Peter Jackson hätte sich da ein bisschen mehr Mühe geben müssen, aber keinen Cent in der Tasche. Ja, und der neue Bond, den mag ich auch nicht. Neue Bond gibt man gar nicht. Also, die alte Besetzung mit George Cameron und dies, das... Gibt's gar nicht. Doch, das gibt's, hab ich schon gehört. Dann, guck mal, dann fahren wir zum Beispiel nach Düsseldorf oder so, nach Berlin, da macht er so 15 Minuten Audios. Hättest du mal so mit dem Management geredet, aller, hättest du schon die Lexus-Arena ausverkauft, aller. Aber nein, dann werden so geredet. Ja, ey, da kommt jetzt ein Trailer raus. Hast du denn gesehen? Ja, alles klar. Guck mal, der Trailer, der zeigt dann, suggeriert dann so, denkst du, Matrix 4 wird so krass wie John Wick 4? Was denkst du da aller Zeiten? Ich denk mal, Matrix 4, es wird so anders, bababababab, alle. Dann guck ich die an. So alt wie mein Vater. Dann denk ich mal, was ist da los? So, wirklich, jeden zweiten Tag. Naja. Das ist ungelogen. Allein wie viele Filmsachen hast du gehört, wo ich dich ja heute gesehen hab? Viele. Das war ne Diskussion. Was war denn Thema? Der Film ist der Nice Guy von Jackie Chan. Okay. Und wir haben darüber geredet. Wann kam der raus? Neun, neun, ne, sieben, neun, sechs, sieben, neunzig gedreht, neunneunzig kam der raus. Da sind schon Morde verjährt. Die reden nochmal 30 Jahre später über die Filmsachen. Ja, mich interessiert, streitet ihr euch auch so? Oh, ich werd Nisar blockieren und so? Nein. Nein. Tauscht nur Infos. Du hast 1000 Morde verjährt. Und die reden immer noch. 30 Jahre alter Film. Jede Straftat ist schon wieder ein Helal geworden. Ja, okay, was habt ihr dann so geredet, was war denn so wichtig dann von Mr. Nice Guy? Ich wollte einmal den Schnitt des Stunts wissen. Und wir haben darüber geredet, wo Jackie eventuell ein Seil benutzt haben könnte, weil man es da teilweise sieht. Aber der war da auch schon 3 oder 44. Das heißt, man kann es ihm ... Aber Jackie ist ja trotzdem der King. Jackie ist der King. Also guck mal, das ist wirklich dein Hobby. Filme, Serienkiller, Musik, meinst du, und Sport natürlich, Fitness. Guck mal, jedes Hobby, was er hat, ist extrem. Ja. Wenn er so das erste Mal ... Dann so mit Leidenschaft. Ja, wenn er das erste Mal auf dem Fahrrad steigen würde. Ja. Wenn er es machen würde. Ich schwöre ja. Dann würde er direkt so einen Berg runterfahren, so richtig kranke Sachen machen. Ja, stimmt. Der ist immer extrem. Ja. Ich bin vor allem etwas. Ein bisschen Musikwissen von ihm. Ja. Dann guck ich mal eine Doku. Dann guck ich mal mal einen Film an. Bisschen Korbsmolesting. Ab und zu sehe ich mal auf TikTok so einen kleinen Making-of von Filmen. Dann guck ich mir das an. Wörter, die man nicht wissen sollte. Damals gab es bei ProSieben immer so einen Making-of-Day, glaube ich sogar. Oder so. Wo dann so ein bisschen ... Jeden Donnerstag so nach Red oder so kam das. Ah, ja doch. Das habe ich sogar mitbekommen. Da guck ich mir ... Also immer so ein bisschen etwas. Aber der ist ja so extrem. Ja, Mr. Nice Guy, Jackie Chan, hat irgendwo ein Seil benutzt. Hätte mal so studiert, alle. Hätte dann Master gemacht. Ich schwöre, der hat recht. Ich kann eigentlich nichts dazu sagen. Ja, aber ist auch gut, wenn man eine Leidenschaft hat. Aber deswegen hat er dein ausgeprägtes Allgemeinwissen. Ja. Übertrieben. Ja. Und ich habe eine ausgeprägte Brustbehaarung. Ja, das stimmt. Ja, das weiß man auch. Das ist auch eine Leidenschaft, dass du den Menschen über deine Körperbehaarung informierst. Weißt du, was er einmal gemacht hat? Sich ausgezogen? Nee, das wäre ja noch ... Das wäre ja noch schön. Der hat es dazu gebracht, dass die Mitarbeiterin des Restaurants ihre Schicht beendet hat. Nein. Vor Angst. Nein. Nee, jetzt sügst du. Nein. Ey, wieso habt ihr so krasse Abgründe? Der eine quält fliegen, der andere lässt Hunde umbringen. Ja. Ja, ich sage dir warum. Ich habe gesagt, äh, hi. Die so, was darf es denn sein? Sagt er, ich habe Aids. Die Frau ist nie wieder an unser Tisch gekommen. Die ist gegangen, schürzt sie weg. Scherz machen. Ey, ich habe mal eine Frage. Du hast auch mal auf eine Nachricht von mir geantwortet mit, ich habe Aids. Ja. Es war die Begründung dafür, dass ich irgendwas gefragt habe. Ja. Und ich habe irgendwie nicht mehr geantwortet, weil ich nicht dazu kam. Ja. Interessiert dich auch gar nicht die Reaktion? Hast du nicht so Angst? So, boah ... Nee, nee, weil ich weiß, dass die Reaktion Leute verwirrt. Und das ist ja das Geile. Und das sind so geil. Ja, klar. Das ist so übertrieben stylisch. Das ist so krass. So wie ihr live und lebt. Ja. Ach, ihr seid schon süße Mäuse, ihr zwei. Das muss ich schon sagen. Ich mag euch echt. Wir mögen dich auch. Wir mögen dich auch. Wir wollen dich mögen. Wir wollen dich mögen. Wir wollen dich mögen. Ach ja. Ezra, gibt's irgendetwas? Nee, mach erst mal Werbung für ... Ja. Deine Socials. Weil, das wird jetzt explodieren, weil du eine sehr charismatische, charmante Person bist. Dankeschön. Du bist leider eine Frau, deswegen kannst du nicht zu viele Komplikationen machen. Aber heute kam es ganz selten Frauenwitz. Also seht ihr meine Damen und Herren, da hat man Lisa im Paradebeispiel heute gesehen. Wenn eine Frau da ist, dann zügelt sich auch der Mann ein bisschen. Ach nein, erzähl nix. Ich hab Magenschmerzen deswegen. Nein, man merkt, dass du die Frau auf jeden Fall sehr respektvoll behandelt hast. Quatsch. Ja, ich fand schön hier. Ja. Ja. Nein, wir haben alles falsch gemacht. Ja. Du willst, ich hoffe, dass du ... Dich änderst. Lisa. Wenn du wieder eine Frauenakte da hast, hast du ja jetzt das Beispiel. Es kann funktionieren. Also meine Damen und Herren, ich habe Ezra sehr, sehr gerne eingeladen, weil sie ... Weil sie es ja gesagt hat. Sich nicht ... Ich soll aus Spaß hier so einen kleinen Herd hinstellen, dass du dich besser wohlfühlst und so. So, ja. Stimmt. Schön, aber sowas habe ich erwartet, ne? Nee, aber ich bin da so derjenige, der sagt, ey, guck mal. Komm. Das ist aber lustig. Ich habe Ezra gerne eingeladen, denn sie verkauft sich nicht über ihre Sexualität. Sie steht für etwas Gutes. So wie Simon Desue, ja. So. Sie, äh ... Wie diese Frauen. Nur weil ich mich wie halbnackt auf Insta zeige, bin ich doch kein Objekt. Doch! Du bist ein Objekt! So, und ... Wir haben ja kein Problem damit, wenn Leute das zugeben. Jeder soll ja machen, was er will. Ich bin ein Serienmörder. Er ist ... Simon Desue ist ein Betrüger. Esra ist eine talentierte junge Dame. Folgt ihr bitte alle. Simon ist ein Betrüger. Esra, wie heißt du bei Insta, Facebook ... Wenn du ihr folgen würdest, dann wüsstest du's. Ja, genau. Mach jetzt! Mach jetzt! Mach jetzt! Mach jetzt! Mach jetzt! Mach jetzt! Warte, darf ich kurz ... Nein, nimm dein Scheiß-Handy in die Hand. Warte! Und gib ein ... Mach mal bitte! Warte, ich erklär's dir doch gleich. Lass mich dir das gleich erklären. Ich erklär's dir später, dann wirst du's verstehen. Ich kann's auch jetzt erklären, aber dann ziehen wir die Verabschiedung wieder in die Länge. Ja, zieh mal! Ja, ich will's ... Ich will's ... Der hat mich grad übertrieben. Aber ich liebe das, wenn der in so ne Situation reinkommt, wo der keinen Bock hat. Ich genieß das. Ich wollte das eben erklären, ihr habt das nicht richtig erklären lassen. Ja, erzähl mal. Guck mal, das ist ja so. Ich muss ja aufgrund meines Images ... Ja. Und meines Styles ... Ja. Darf ich ja keiner ... Guck hier, da schwindet dieser Dreck hier gerade. Darf ich ... Okay, darf ich ja keiner ... weiblichen Personen folgen. Ich folg' ja nicht mal Ginny Jackson oder so. Ich folg' ja nicht mal meinen Schwestern. Ich hab' Schwestern, die alle bei Insta sind. Ja. Ich folg' denen auch nicht. So, damit ich immer diesen ... Auspronzip. Ich habe dieses Sexisten-Image. Okay. Ich kann immer sagen ... Und den mit zu pflegen. Ich folg' keiner Frau. So, ich folg' keiner Frau. Ich folg' nicht mal Beyonce. Aber ... Das heißt nicht, dass ich dich nicht schätze. Du hast ja meine Nummer. Das ist doch mehr wert als ein ... Ja, ist es auch. Ne? Ja. Ich bring' dich zum Lachen. Ja, das stimmt. Ich mag dich. Ja. Was viele Leute nicht von sich behaupten können. In diesem Sinne. Wie heißt du bei Insta? SW83. SW83. E-S-V-U-83. Wie heißt du bei Facebook? Hab' ich nicht. Hast du nicht. Wo bist du noch aktiv? TikTok? Ja, auch SW83. SW83. Folg' dir bitte alle. Ja. Ich werd' alle ihre Beiträge jetzt liken aus Prinzip. Ich geh' so runter. Alle und kommentier' so auch. Alles mit Herz. Und ich werd' jeden Beitrag kommentieren, damit sie sieht, ich bin mehr wert als jemand, der folgen würde. Weil ich aktiv bin. Siehst du? Sogar dein Freund, der dich hier in die Pfanne gehauen hat hat. Versteht dich? Esra, ich hoffe, du hast Spaß bei uns. Ja, voll. Dankeschön. Es war uns eine Ehre. Wir laden dich immer wieder ein. Sehr, sehr gern. Wir hoffen, also ich persönlich, dass du sehr viel Zeit in der Küche verbringen wirst. Ich hoffe natürlich auch, dass du noch erfolgreicher wirst, dass du ein Milliardär wirst, dass du jede Rolle sprichst. Es dürfen einfach keine Frauenrollen mehr verteilt werden. Nur du sprichst noch alle Frauen. Ja. In diesem Sinne folgt dem deutschen Podcast, ja, die Deutschen. Und ja, wir sehen uns und in diesem Sinne West Side for Life. Ciao. Ciao. Ciao, ich hab's geschafft.